Und dann halten die wirklich den Trikot hoch, dann läufst du da diese halbe Kurve zur Bank und das ist wie ein Traum, also du nimmst das gar nicht mehr wahr, das ist wie in so einer Blase, das war ganz verrückt und ja dann stand es 1-0, dann war ein Freistoß am 16er, auf einmal kommst du rein und denkst, ja man, das Spiel, das drehen wir noch, geil, den Freistoß macht Julian Brandt in den Winkel rein, 2-0 und denkst, erster Spieltag in Rostock, Ostseestadion, das waren irgendwie 30 Grad, das hat getrievt, da waren 25.000 da und dann scheißt du dir ein, wirklich, du denkst, ey, du bist der geilste Macker und dann scheißt du dir ein, wirklich, das war eigentlich sehr, sehr witzig, da sind wir damals mit Niklas Völkrug, Levent Aicicek, das waren meine, mit denen ich auch war, Lukas Froede, mit denen waren wir im Internat und das ist tatsächlich wirklich nicht erzählen, da sind wir halt ins Stadion, haben einfach einen Ball genommen, runter auf den Platz geschossen, sind hinterher im Dunkeln, hat niemand gesehen, sind dort langgegrätscht, ich war, am nächsten Tag dachten wir so, ach du Scheiße, ne, so wirklich, also in dem Moment war es einfach geil, wir so, ja, wir gehen da jetzt runter, wir spielen da jetzt auch, ne, haben dann da unten gespielt und am nächsten Tag waren so diese, diese Schlammspiele und so vom Grätschen und so alles, ja, also wir waren komplett so, ja, ja, umgepflügt, ja. Ähm, wenn du einfach in Anführungszeichen von zu Hause trotzdem irgendwie ins Büro fährst und nochmal so eine räumliche Trennung hast zwischen Arbeitsplatz und zu Hause, weil Homeoffice ist ja alles cool und selbstständig zu Hause zu arbeiten ist alles geil, aber dann trotzdem mal zu sagen, ne, du wirst nicht abgelenkt und du fährst halt hierher und hast halt eventuell die Möglichkeit, vor allem das so stehen zu lassen vielleicht. Ja. Deswegen, ähm, mal gucken, was passiert und, äh, das lassen wir auch schon drin, da habe ich ein bisschen geteasert. Hallo und herzlich willkommen im Hashtag PFL Podcast, heute mit Marcel Hilsner. Ich freue mich, dass du da bist. Ich freue mich auch. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke an Dennis Mast fürs Connecten. Masti, beste Grüße. Bleib gesund, werd gesund, was auch immer. Ich habe gehört, du hüstest gerade ein bisschen. Marcel, die grundlegende Frage am Anfang immer gleich. Erstmal, wie gesagt, danke, dass du hier bist. Und bevor ich irgendwas zu dir sage, wie stellst du dich selbst vor? Wer bist du, was machst du? Was würdest du da sagen? Ich bin, äh, ja, Marcel Hilsner. Ich bin 28 Jahre hier in Leipzig geboren und, ja, Familienvater. Seit anderthalb Jahren und, ja, Fußballer, mein ganzes Leben lang gewesen. Aus Überzeugung und Liebe. Und, ja, ich glaube, einfach ein sehr, sehr angenehmer, lustiger Geselle für, ich hoffe, meine Mannschaftskollegen und Ex-Mannschaftskollegen bestätigen das. Und, ja, ansonsten ein ganz offener Mensch, ganz lieber Mensch. Und so würde ich mich, glaube ich, beschreiben. Du hast, und dann muss ich nochmal die Kamera kontrollieren, weil ich habe immer so einen Tick, das ist ganz schlimm. Ich muss mich echt mal irgendwie, ich muss mir irgendwie einen Knoten reinmachen oder so in so ein Taschentuch, weil ich drücke mal auf Play. Und dann bin ich immer so, habe ich auf Play gedrückt. Das ist ganz schlimm. Das ist wie, wenn du in den Urlaub fährst und denkst, ist der Herrd aus, ey, ohne Scheiß. Aber du hast gerade schon Familienvater zuerst gesagt. Und Noah ist dein Kind quasi. Wie wichtig ist dir Familie? Also, wenn du sogar dein Kind immer mit dabei trägst, ist das schon außergewöhnlich krass, oder? Ja, es ist unfassbar. Das verändert alles. Also wirklich, das war, ich glaube, mit der Geburt oder allgemein mit der Info der Schwangerschaft, da waren wir zum Zeitpunkt in England. Und es war eine nicht so einfache Zeit, auch mit Corona. Und dann kam halt die Nachricht schwanger. Und dann, ja, irgendwie so, man denkt die ganze Zeit, ist man schon bereit, ist man nicht mehr. Und dann wird man quasi so ins kalte Wasser reingeworfen. Und dann mit meiner Freundin damals die Info zu haben und sich darauf gemeinsam zu freuen, das ist unglaublich. Also wirklich, das verändert alles. Also meine komplette Sicht aufs Leben, die Prioritäten haben sich einfach komplett verschoben. Also es dreht sich alles nur noch um den Kleinen, dass er gesund ist. Und wenn das mal nicht so ist, dann leidet man auch gleichzeitig so mit. Und das ist ganz verrückt. Ich glaube, das kann man keinem, der keine Kinder hat, irgendwie so, man kann es versuchen nahezulegen oder beizubringen. Aber es ist... Eine Sache, die man erleben muss einfach, ne? Ja, das ist ja auch. Du warst dann auch 26 quasi, ne? Genau. Als Papa, das ist jetzt mein Alter. Naja, wer weiß. Ich weiß noch von nichts. Ich weiß jetzt. Aber mega, mega schön. Also weil das ist halt... Ja, ich glaube, es ist das Schönste der Welt. Und irgendwie ist das ja auch so, finde ich, der Sinn im Leben, dass man eine Familie... Also so mein Ziel war es halt immer... Schon immer auch so, ganz klar. Ja, also jetzt nicht... Es war jetzt kein Alter irgendwie gesagt, dass ich jetzt mit Mitte 20 Vater werden will. Aber ja, mit meiner Freundin hat es sich dann einfach so angefühlt, wo ich gesagt habe, ey, wenn es passiert, passiert es. Wir haben dann auch nicht mehr verhütet. Dann haben wir halt so das, wenn es passiert, passiert es wirklich. Also wir haben den Partner fürs Leben gefunden. Und das rundet die ganze Sache dann natürlich noch ab, ja. Erstmal Glückwunsch. Und das ist schön, dass man das so sagen kann. Echt, freut mich total. Man merkt es sich auch an. Also das Gesicht ist sofort so bam, so präsent einfach. Mega, mega cool. Aber wie du halt sagst, klar, ich glaube, das kann man nicht beschreiben. Das ist so. Und jetzt sitzen alle Eltern zu Hause, die das hören oder sehen und denken sich, ja, der Marcel hat recht. Ja, der Marcel hat recht. Natürlich ist es nicht einfach, logisch. Also das ganze Leben stellt sich auf den Kopf. So die Freiheit, die man vielleicht als Nicht-Elternteil hat, mal spontan irgendwie essen zu gehen, abends vielleicht länger draußen. Das ist am Anfang dann natürlich nicht mehr gegeben. Aber jedes Lächeln... Du bist ja auch im Arsch, oder? Du bist ja sowieso so kaputt, dass du gar nicht mehr die Kapazität hast, energetisch. Das ist unfassbar. Also wirklich, wie sich das ändert, wo man denkt, ey, 90 Minuten durchlaufen auf dem Platz, dass das funktioniert. Aber so, was ja, das ist mental anstrengend, einfach dann für den Kleinen irgendwie da zu sein. Gerade jetzt, der läuft jetzt seit ein paar Wochen und läuft überall rum. Der läuft nicht nur 90 Minuten, der läuft die gleiche Strecke in der Wohnung, aber hundertmal. Und du musst immer wieder hinterher sein, weil er könnte sich ja rechts oder links noch irgendwo stoßen. Das ist unfassbar. Ja, stimmt, klar. Und dann bist du so, ja, klar. Und dann musst du jede Kante abdichten. Oder ich war früher so ein, ich hatte so ein Talent, früher auf den Herd fassen zu wollen als Kind. Das war immer so meins. Da immer so. Und da hatten meine Eltern auch so wie so ein Zaun halt davor, so ein Herd. Und dann sind es plötzlich so Sachen, an die du denken musst, wo du vorher sagst, hä? Ja, denkst du wirklich nicht? Auch wir waren jetzt bei den Schwiegereltern zwischen Weihnachten und Neujahr. Die hatten den Ofen an. Du musst ja auch schauen, du kannst dir nichts davorstellen. Du schmilzt ja alles, wenn du irgendwas davorstellst. Du musst ja auch schauen, ey, packt der da nicht dran? Wenn er in die Richtung läuft, musst du hinterher gucken. Und ja, das ist schon, aber das ist schön. Das ist das Schönste der Welt. Inzwischen aber sagst du doch, Vater Rollert, die habe ich gefunden. Ja, hundertprozentig. Alle Ecken abgedichtet und abgeklebt. Sollen alle Umstehenden das irgendwie beurteilen oder meine Freundinnen, aber ich bin der Meinung, dass ich das sehr, sehr gut erfülle und ich bin halt unheimlich stolz. Auch wenn man draußen irgendwie rumläuft. Jetzt, wie gesagt, der läuft seit ein paar Wochen. Da waren wir noch für Weihnachten im Nova Ventis, ein paar Geschenke einkaufen. Auf einmal läuft er da alleine rum und so. Man ist schon stolz. Also das ist brutal so. Der sieht zwar aus, weil er irgendwie so rumstolpert und noch mit den Armen und oben, aber es ist wie wir alle halt. So hat jeder mal angefangen. So hat jeder mal angefangen. Du genauso. Fangen wir bei dir mal an, als du so klein warst, der kleine Marcel. Du hast ja vorhin schon ein bisschen durchdringen lassen gerade, schon immer diese Liebe gehabt zum Fußballer, schon immer diese Faszination. Ich habe es schon tausend Mal gesagt, klar in meinem Podcast, mein Plan A war auch immer Fußballer. Du hast es jetzt geschafft. War das auch dein Plan A oder war vorher noch irgendwo, erst mal wäre ich Zodirektor und dann? Nee, tatsächlich nicht. Also es gab nie wirklich die Überlegung nach Plan A oder so, weil es halt einfach so früh ging. Es war nie was anderes im Kopf. Ich war glaube ich drei oder vier Jahre, es lief alles oder hat alles quasi begonnen durch meinen Papa. Der hat hier in Leipzig bei Leipzig Ost gespielt. Meine Oma hat da die Kneipe oben gehabt mit Opa zusammen. Das heißt, jedes Wochenende waren wir auf dem Fußballplatz, er hat mich immer mitgenommen. Während die gespielt haben, war da so ein kleiner Kunstrasen, wie so umzäunt. So, das heißt, der Ball ist nicht weggeflogen, war es die ganze Zeit nur am Bolzen, bis es dunkel geworden ist. Und ja, dann waren da halt auch immer noch andere Kinder mit da und man hat sich halt einfach, es war nur Fußball so da. Dann irgendwann halt angefangen, in den Verein geschickt worden, Turniere gespielt und so kam das dann halt. Und dann war halt irgendwann der Switch da, dass ich halt die Chance hatte, dann nach Bremen zu gehen, aufs NLZ. Und ab da war dann halt so der Plan. Das war schon sehr früh, ne? Du bist da jetzt live, du warst bei Sachsen. Genau, also ich war hier auf der Sportmittelschule, sprich dann bis der achten Klasse. 13, 14? 13, 14, genau. Und 2009 kam dann das Angebot. Wir hatten da, das war tatsächlich auch das erste Angebot, was richtig kam. So, die waren halt hier, die haben sich sehr um uns bemüht und dann haben sie uns eingeladen nach Bremen. Und dann habe ich mich dafür entschieden, beziehungsweise meine Eltern haben immer gesagt, willst du es machen? Die haben mir nie die irgendwie gesagt, verboten oder irgendwie so, sondern möchtest du es machen, dann stehen wir hinter dir. Und das war schon sehr, 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 sehr cool. Und ich habe gesagt, ich wusste es damals nicht wirklich so, weil ich hatte hier meinen Freundeskreis und irgendwie ist es ja ein Riesenschritt woanders hin. Bremen ist halt, ne? Bremen ist jetzt auch nicht um die Ecke, wo, so, ne? Ja, das sowieso, ne? Das komplett. Und so, am Anfang haben es mit meinen Eltern sehr, sehr einfach gemacht, waren, glaube ich, bei jedem Auswärtsspiel. Wir mussten sagen, wir hatten dann auch zu den Auswärtsspielen, hatten wir Chemnitz, Erfurt, so, das kam dann alles. Das war, warte mal, das war quasi mit 13, 14, das heißt, das war C-Jugend? Ja, also am Anfang war es noch die Regionalliga dort, da waren meine Eltern dann oben. Genau, die spielen dann noch erstmal regional und dann quasi die nächste höhere Liga. Genau, und dann bin ich in die U17 gegangen und das war dann U17 Bundesliga. Und da kamen dann halt Dresden, Jena, Chemnitz, so, die kamen halt dann alle. Auch die Bulli Nord, ne? Genau, das ist genau so und da waren sie dann halt auch jedes Wochenende da, was es mir ein bisschen erleichtert hat. Und die haben halt auch am Anfang gesagt, probier es aus, wenn es nichts für dich ist, dann kommst du halt wieder zurück. So ist es natürlich mit dem Schulwechsel und so, ist alles ein bisschen kompliziert, aber wenn es nicht ist, dann ist es nicht. Und ja, aber ich habe mich da relativ schnell und gut eingelebt, hat die Unterstützung. Und vor Ort hat man dann auch nicht so viel Zeit, um nachzudenken, um ehrlich zu sein. Also das ist dann schon trotzdem Schule, Training, Schule, Training und da ist man dann schon. Aber das muss ja trotzdem, also man erzählt ja so retrospektiv natürlich mal so easy weg von der Seele. Aber damals als Kind, also ich weiß ja, wie ich dafür gefightet und gekämpft habe, dass das Dynamo mal anruft. Und wie ist Prä auf dich aufmerksam geworden? Also ich weiß es gar nicht genau, aber wir hatten zu dem Zeitpunkt U13, U14, also ich habe hier nicht mit den 95ern gespielt, sondern ich habe hier schon bei Sachsen-Leipzig damals mit den 93ern, 92ern zusammengespielt. Also ich habe dich schon hochgeschoben. Genau, genau, genau. Also ich war eigentlich von Anfang an bei den 94ern und dann in dem Jahr, bevor ich gewechselt bin, bin ich dann sukzessive nach oben gegangen und habe dann ja auch schon oben bei den 92ern, 93ern mitgespielt. Die sind dann damals in die Regionalliga aufgestiegen und haben um den Aufstieg in die Bundesliga gespielt. Und ich glaube, das war so eine kleine Plattform. Dann hatten wir viele Turniere, dann kann ich mich noch erinnern, dass wir... Vor allem fällst du auf, weil du auch kleiner bist. Ja, doch, es war Körper... Also es war, glaube ich, gut gemeint vom Verein, mich hochzuziehen. Aber realistisch gesehen, dir fehlen halt zwei, drei Jahre, gerade in diesem Teenager-Alter, das fällt halt auf. Also die fußballerische Qualität, haben sie gesagt, war da, aber ich habe es halt in den Zweikämpfen, du wirst halt weggeschoben. Also es sind halt Leute, die sind schon 16, 17, die sind schon viel weiter in der Entwicklung. Das war aber trotzdem cool, weil wir hatten dann auch zum Beispiel dieses Turnier, bevor RB Leipzig entstanden ist, sind wir als Sachsen-Leipzig nach Salzburg gefahren, haben halt gegen Real Madrid gespielt, gegen Salzburg und so, in dem Stadion von Red Bull Salzburg und so. Und sowas erlebst du dann halt schon als 13-, 14-Jähriger mit und das ist dann schon cool. Spielst du irgendwie gegen den Sohn von Zidane, Enzo Zidane hat da mitgespielt und denkst dir so, wow, wo bist du so gerade? Und das als Sachsen-Leipzig, wo du sonst halt, keine Ahnung, die NOV-Hallenmeisterschaft in Torgau gegen Aue und so spielst. SV, SV, Traktor, Motor, Rüstruf oder so, bei einem Respekt, ja klar. Nein, aber so und dann denkst du auf einmal, wow, wo bist du hier in einem riesen Stadion, du spielst gegen Real Madrid und das war schon Wahnsinn. Ich muss auch sagen, das ist meine, das ist tatsächlich, wenn du mich nach meiner liebsten Erinnerung fragst, fußballerisch, das war mein allererstes Turnier, wo ich im Tor stand, weil ich war wirklich fußballerisch, auch bis heute glaube ich, war das auch ein Grund, der mir einfach, ich renne immer noch mit dieser arroganten Grundhaltung rum in mir drin oder mit diesem verletzten Kind vielleicht, das sagt, na rein Torhüterlich, hätte ich immer noch gesagt, hätte Regio schon gepasst. So, was mir komplett gefehlt hat, war das fußballerische, also wirklich komplett, das kam viel zu spät und dann natürlich auch bei weitem nicht mehr auf dem Niveau, dass es irgendwas gebracht hätte. Aber das war eben damals schon auffällig, haben sie mich ins Tor gestellt mit sechs, sieben Jahren und da war das erste Turnier auch bei Dynamo Dresden im alten Rudolf-Habig-Stadion, 2003 war das. Und da war auch Hertha B.C. dabei, Rot-Weiß Erfurt, die F-Jugend, wir als SG Stahl-Schmiedeberg vom Dorf in die Großstadt abfahrt und ich glaube, Slavia Prag noch und das war Wahnsinn. Und wir haben natürlich, wir wurden komplett wegzerstört, nonstop. Aber ich bin besser Keeper geworden, weil dort unten auf dem Profirasen gespielt, besser Torhüter geworden beim allerersten Turnier, weil natürlich haben wir auf den Kasten bekommen ohne Ende. Und ich habe da auch Dinger gehalten, wo ich sage, seitdem die wieder, ich hatte meinen Peak mit sechs. Peak mit sechs hat dann mal, schwierig dann. Und das war schon echt, echt eine wilde Erinnerung. Ich habe dann noch so ein gutes Jahr gehabt mit 13, 14. Da war ich im Jugend-Bundesliga-Torhüterlager in Belgien. Da haben viele Vereine nochmal so explizit für die Keeper vor der Vorbereitung nochmal ihre Jungs hingeschickt. Ja, aber es gibt, ich kenne das, es gibt so explizit so Torhüter, auch Lägen, auch vom DFB, wo dann irgendwie so 30, 40 Torhüter dann da sind. Genau, und ich durfte da über den Kontakt halt hin, weil ich habe ja nach wie vor, da habe ich gespielt, Landesklasse sogar, nicht mal Landesliga in der B-Jugend, glaube ich. Und ich habe dann die Einladung bekommen über den Kontakt, dass ich da in einem Dreivierteljahr hin durfte und das habe dann die beste Saison meines Lebens gespielt. Einfach, weil ich so Hype war, weil ich gedacht habe, jetzt schaffst du es, jetzt schaffst du es, jetzt schaffst du es, jetzt schaffst du es. Motivation ist ja noch. Brutal, brutal. Und dann bin ich da nach Belgien, auch mit 14 Jahren, auch sieben Züge genommen, Deutsche Bahn war damals schon, ja, und auch in den falschen Zug gestiegen und keine Ahnung, dann stehst du in Koblenz, denkst du, was will ich in Koblenz, wo ist jetzt hier mein scheiß Zug? Und letztens, vor zwei, drei Wochen, hatten mir mein Trainer von da geschrieben. Okay, witzig. Übelst krass und hatten mir geschrieben, ey Paddy, ich folgte ja bei Instagram seit Ewigkeiten schon, seit zehn Jahren jetzt und Klaus Böse. Klaus, falls du es siehst, wer weiß es schon. Und hat mir so geschrieben und, ja, war echt eine geile Truppe damals und blieblieblieb und meinte so, ey, du warst schon echt scheiße gut, ne? Und ich so, sag mir sowas nicht. Das tut weh im Nachhinein, jetzt tut es weh, ne? Das ist so echt, ja. Aber das, ja, aber das ist, ach, Fußball als Kind ist schon was Feines. Weil damals bist du einfach auch wirklich dann nur irgendwo hingefahren zu bolzen, ohne Hintergedanken. Ja, also ich hab die geilsten Erinnerungen an diese Jugendzeit, bevor es dann wirklich zu Bremen ging, waren immer Turniere. Du hast, also an diese Saisons kannst du dich nicht mehr erinnern, aber die Turniere, keine Ahnung, wir sind dann mit Sachsen nach Isernhagen, da ist irgendwie das größte Turnier Europas in der U12 oder so gewesen. Da hast du auch gegen irgendwelche tschechischen, polnischen Mannschaften gespielt. Das ist irgendwie so, oder die Hallenmeisterschaften oder irgendwie, Turnier, davon hat das Ganze gelebt irgendwie, ne? Drei Premium-Mamas, die dann geschnippelt haben, den ganzen Vorabend schon nonstop. Die Brötchen fertig und alles, wirklich, ja, geiz, ja. Das war Wahnsinn, das hast du immer gelebt, da hast du irgendwie heutzutage gar nicht mehr möglich, dass du irgendwie 15 Minuten spielst, eine Dreiviertelstunde Pause hast und dann direkt wieder auf den Platz gehst und früher bist du runter, hast dich vollgefressen. Ja, wollte Gott sagen, da habe ich jetzt auch schon Zeit, hier nochmal so eine Frikadelle mir reinzuknallen, ja? Nachspiel im Halbfinale, aber davor muss erst mal noch eine... Wenn du überlegst, bis zum Finale hast du ja meistens sechs oder sieben Spiele über den ganzen Tag verteilt, ist das heute gar nicht möglich, wenn du deinen Puls hochfährst und dann denkst du danach erst noch, gerade in der Halle sowieso, reicht jetzt auch wieder, ne? Ey, aber das war ja auch früher, das ist so geil, weiß nicht, ob du auch so ein Kind warst, was bei Beisport 1 oder DSF damals noch Halmtoniere immer geguckt hat? Immer alles. Ey, das ist so geil, mich hat jetzt die Sportchefin vom MDR in Dresden schickt mich jetzt, kommt ein Samstag, zum Zwickauer Hallenmasters. Das haben wir immer mitgespielt, mit Dresden damals, das war ja auch, ich habe früher immer geschaut und dachte immer, ey, ich will unbedingt, ich will mal bei so einem Turnier dabei sein, ne? Und das ist ja auch, sieht geil aus mit dem Kunstrasen ausgelegt und alles so, ne? Und dann bist du da und dann ist es so wirklich so, einfach auch alles daran irgendwie, dieses Abklatschen über die Bande springen und dann läuft da ein Neuer drauf und... Und die Mucke in der letzten Minute läuft die Mucke runter, so, weißt du? Und das war so krass, weil sie war halt so, ne, hast du da Bock drauf, hast du? Und ich so, ey, ey, Hallenturnier, ohne Scheiß, ich bin sofort am Start, ne? Als Reporter vor Ort, also ich kommentiere quasi Hallenturnier in Einblendungen nach dem, das ist einfach so geil. Weil ich mir so dachte, ey, vor 20 Jahren hast du diesen Kehrrichter geguckt und da haben ja vor allem, damals haben ja auch noch wirklich Erst- und Zweitliga-Profis da mitgespielt. Also die haben alle, die haben alle komplett, die waren immer mit Voller-Kapelle, die Halle, dazwischen eine Fluppe und dann wieder auf dem Platz, ja. Mit Voller-Kapelle sind die da gewesen, ja, das ist Wahnsinn. Das ist, ist heute ja gar nicht mehr denkbar, jeder schickt ja ja nur noch die U19 oder die zweite Mannschaft hin, so, ey klar. Oder die U50. Verletzungsgefahr, ja, deswegen sind da ja meistens jetzt so, mit diesen ganzen Traditionsmannschaften, die Turniere, ja, genau. Aber wie du halt sagst, ne, das geht ja nicht mehr anders heutzutage. Ja, das ist schwierig, glaube ich auch. Kannst du nicht mehr groß machen, aber damals war halt wirklich, das war das Allergeiste, Mann. Also Hallenturniere und dann war es auch immer, ich weiß nicht, wie es bei dir war, ähm, ich war auch schon so ego-beladen, weil ich halt immer diesen Traum hatte und dieses Ziel. Und für mich gab es so Hallenturniere, ja, und wir gewinnen als Mannschaft, ja, ja, komm, ja, machen wir. Besser Spieler. Besser Keeper. Ja. Für mich war das, ich wollte diesen scheiß Pokal haben. Ja. Und wehe dem, es gab keinen besten Torhüter-Pokal. Das ist schlimm. Ey, da habe ich gedacht, das ist immer das Erste, wenn du reingehst und dann stehen da ja schon die ganzen Pokale und dann guckst du, besser Spieler, besser Torstädter, eins von beiden wirst du. Eins oder möchtest du gerne werden, so das ist so, natürlich geil, wenn wir Erster werden, aber du selber, ne, irgendwie, du musst auffallen, du willst auffallen, du willst so, gerade damals ganz am Anfang mit Rotation, Leipzig hier, das, so, du willst zu einem nächstgrößeren Verein, dann Sachsen-Leipzig, so, das war damals auch Regionalliga. Trotzdem, du willst irgendwie auffallen, du willst den nächsten Schritt machen. Du hattest dann schon das Ziel, für dich war dann sehr früh quasi klar, ey, ich wäre Profifußballer und so gar nichts. Ja, ich wollte es unbedingt so, ne, und ich hatte, natürlich schaust du dann so in die umliegenden Gegenden, was ist um Leipzig rum möglich, da war ja früher noch weniger als heute, also, ne, das ist ja, jetzt hast du ja Dynamo, die wieder hochgehen, höchstwahrscheinlich, dann hast du Magdeburg, Rostock, ist ja auch nicht mehr in der Nähe, muss man auch mal sagen, aber es war, glaube ich, noch weniger möglich, damals gab es die dritte Liga noch nicht. Ich wollte gerade sagen, ne, stimmt, stimmt, die gab es 8, 9 das erste Mal, ne, 2, 8, 2, 9. Genau, und deswegen, also, der Traum war es schon immer, aber es wirkte viel, viel weiter weg, so, weil, wie soll, also, ich habe mir früher halt immer so gedacht, auf so Turnieren, wo jetzt hier Sachsen-Leipzig, keine Ahnung, gegen Blau-Weiß-Leipzig spielt, guckt sich doch kein, also, das guckt sich doch kein Bundesliga. Da kommt kein Scout vom FC Barcelona, von La Masia, ja. Also, das schauen die sich doch nicht an, also wirklich jetzt. Man hat es immer so im Hinterkopf gehabt, so nach dem Motto, der, der, der sieht komisch aus, der könnte so. Ja, so. Der schreibt sowas auf, guck mal hier, der. Ja, und auch dann war es beim, als die dann letztendlich auf mich zugekommen sind, Bremen, da war der Trainer von der U15, der ist dann, bei einem Spiel stand er dann neben meinen Eltern quasi, und hat sie dann angesprochen, und hat dann gefragt, ob die dann uns irgendwann mal besuchen kommen können, und war dann nach dem Spiel, waren die aber auch wieder weg, und dann haben meine Eltern mir das quasi erzählt. Und dann dachte ich, also war ein bisschen ungläubig, so, ich so, okay, ich habe niemanden gesehen, weil ich schaue es dann schon immer zu den Eltern noch aus, so als Junge, ne, und dann niemanden gesehen, und dann saßen die wirklich mit dem Jugendkoordinator und der Trainer dann bei uns zu Hause, und haben mir halt von einem Bundesligisten erzählt, und man ist so perplex, das ist so, alles, was so weit weg erschien, ist dann auf einmal möglich, so, ne, und dann, ja, dann ging es relativ schnell, so, für mich war so, ja, mach mal, mach mal. 2009 war das, ne? Das war 2009, genau, also ich bin zu der Saison 2009 hochgegangen, so. Da war Prämia auch noch, da waren die Diego-Jahre gerade vorbei und sowas, ne? Mein erstes Spiel, als ich dann im Stadion war, war gegen Barcelona, noch, Ronaldinho, alle da gewesen, da waren Mertes, Saka, Naldo, Özil, Marco Marien. Stimmt, Deutsche Messi, sorry, da musst du noch mal raus jetzt. Marco Marien, ja, Hugo Almeida vorne, Pizarro, Marco Rosenberg, boah, ja, das war eine absolut geile Truppe, ne? Aaron Hunt schon da gewesen? Ja, ja, die waren alle da, also es wollte ja dann auch jetzt, die Ergebnisse wurden schlechter. Und auch die 2009er Barca-Mannschaft war ja. Die war ja Wahnsinn, was da alles so. Das war Henri, Ibra, Messi, die Gruppe, ne? Genau, genau, und dann haben die noch in diesen knallgelben Trikots gespielt. Mit Unicef. Ja, ja, das war Wahnsinn, wirklich, ne? Und das Jahr danach haben sie ja wenigstens dann noch Euroleague gespielt. Das war hier dann gegen HSV, das war dann in Wörterwochen. Genau, das war das, wo die in vier Wochen irgendwie dreimal oder viermal gegeneinander gespielt haben. Ja, das war das Jahr danach und so, aber das waren noch glorrechte Zeiten, ja? Wahnsinn. Und dann fängt man im Kopf dann schon mit 13, 14 bestimmt an, das weiterzudrehen, das Rad, ne? Total, absolut, ja. Weil du kommst ja dorthin, also es ist immer noch jetzt dort, das Internat ist ja oben in der Ostkurve drin, im Stadion. Du hast so gepennt gewesen. Ja, du hast dort jeden Tag geschlafen, also ich habe dort vier, fünf Jahre drin geschlafen. Und damals hast du halt, es gab ja einen Umbau, damals gab es ja noch die Tartanbahn, oder diese Aschebahn. Die haben sie ja dann, haben sie schon die Seiten rangezogen, aber hinterm Tor war das immer noch, immer noch so. Und dann war die Ostkurve ja auch nur so lang gezogen nach hinten. Und jetzt haben sie ja diesen Absatz davor gesetzt, nach oben. Und früher konntest du halt einfach ins Stadion reingucken. Das heißt, du hattest, auf der einen Seite waren deine Zimmer, dann gehst du raus, da war der Gang vom Internat, es war alles so lang gezogen. Und wenn du rausgegangen bist, waren halt ein Fenster da und du hast halt auf den Platz runtergeschaut. Das heißt, du konntest jedes Spiel aus dem Internat rausschauen. Das heißt, du bist jeden Morgen aufgestanden und wusstest, da unten würdest du spielen. Da unten würdest du spielen. Aber das ist schon geil irgendwie auch, ne? Das ist brutal, du läufst jeden Tag ins Stadion. Viele meiner Freunde haben mich da extrem beneidet früher für, aber irgendwann findest du es halt normal. Aber das erste halbe Jahr, ich bin jeden Tag mit einer Gänsehaut dort raus und rein. Wenn du von der Schule wiederkommst, du läufst auf dieses Stadion zu und du weißt, okay, das ist dein Zuhause, da gehst du jetzt rein. Und dann siehst du unten die Abschlusstraining, wie gesagt, dann siehst du solche Mannschaften wie Barcelona, die haben ihr Abschlusstraining dort. Stimmt, die haben logischerweise ein Stadion. Die haben wir das Abschlusstraining dann dort gemacht und dann siehst du die ganzen, auch Bundesliga-Vereine trotzdem immer so, ne? Und dann sitzt du quasi, also du hattest auch so eine Tür, wo du ins Stadion reingehen kannst. Die war dann zwar immer an Spieltagen abgeschlossen, aber so unter der Woche war die halt offen und dann setzt du dich halt hin, dann trainieren die dort unten und guckst dir halt so das Training an, ne? Alter, ist das fett. Ja, das ist wirklich. Boah, das ist schon echt cool. Also natürlich auch als junger Burschen, also läufst du auch mal so einfach so durchs Stadion. Wir haben auch viel Scheiße gebaut früher in der jüngeren Mannschaft. Erzähl mal, Bremen ist vorbei die Zeit, erzähl mal. Ja, da sind schon, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen kann, aber ich glaube schon, so ist jetzt auch lange her. Es war eigentlich sehr, sehr witzig, da sind wir damals mit Niklas Völkrug, Levent Aicicek, so das waren meine, mit denen ich auch war, Lukas Froede, mit denen waren wir im Internat. Und das ist tatsächlich wirklich nicht erzählen, da sind wir halt ins Stadion, haben einfach einen Ball genommen, runter auf den Platz geschossen, sind hinterher, im Dunkeln, hat niemand gesehen, ne? Sind dort langgegrätscht, weil am nächsten Tag dachten wir so, ach du Scheiße, ne? So wirklich, also in dem Moment war es einfach geil, wir so, ja, wir gehen da jetzt runter, wir spielen da jetzt auch, ne? Haben dann da unten gespielt und am nächsten Tag waren so diese, diese Schlammspuren so vom Grätschen und so alles, ja, also wir waren komplett so, ja, ja. Weserstein hat umgepflügt, ja. Und dann das Witzige an der ganzen Sache, am Nachmittag rollen da auf einmal die Bagger an und es kommt ein neuer Rasen. Also die haben tatsächlich, das war geplant, das ist ein neuer Rasen verlegt worden und wir wussten es aber nicht. Und da hatten wir uns schon richtig Gedanken gemacht, so Scheiße, ey, wer soll das gewesen sein, sind bestimmt überall Kameras und so, ne? Aber du hast ja einfach so, hast nicht nachgedacht, hast du gedacht, ey, schieß den Ball runter, wir zocken da jetzt. Aber das ist doch, weißt du, das ist so eine Story, wo ich mir denke, da kann doch keiner böse sein, weil das ist halt so, ne? Das ist doch genau, darum geht es doch. So, wie so, wie, da wollen wir hin, wir spielen da jetzt auch mal, ne? So, so nach dem Motto, das war schon, war schon geil, richtig. Wir waren auch coole Leute auf dem Internat, so, da hat doch keiner irgendwie, irgendwie irgendjemanden verpfiffen oder so, sondern wir haben alle an einem Strang gezogen, haben so viele Sachen zusammengelebt, es war schon sehr, sehr cool. Warst du nicht auch mit Fülle sogar Doppelspitze? Ne, er ist 93er, das war immer, also ich war immer dann 95er, 94er. Ich habe mal ein paar Spiele durchgedrückt, glaube ich, aus der U19 bei dir, wo du gegen Jule Brandt, glaube ich, hast du mal gespielt, ne? Oder mit, ne? Ja, der ist ja 96er, genau, also gegen den habe ich oft gespielt, U17 und U19, na, ich habe dann als U17 Spieler schon ein, zwei Mal in der U19 gespielt, aber, also Doppelspitze würde ich uns jetzt nicht nennen, so, aber, also wir waren auf dem Internat, wir haben ein sehr, sehr gutes Verhältnis gehabt, so auch jetzt, ich hatte mich ja letztes Jahr wieder fit gemacht, in Bremen nach meinem Kreuzbandriss, habe ich ihn auch gesehen, als er dann verletzt war und kurz gequatscht und so, also super, super Typ und dem gönne ich das unglaublich, dass er da jetzt nochmal so durchgestartet ist auf seine späten Tage und hoffe, dass das auch noch weiter so anhält. Der ist so wichtig, der ist so wichtig, nicht wegen der Tore, die er macht, will ja auch nicht zu groß rumnörden jetzt hier, aber dieses ganze Spiel von Dortmund. Skrupellos. Das ist halt, also das ist nicht, also war auch damals schon der, also wir waren ja dann trotzdem immer, also für uns gab es früher, es gab nicht zu viel Fußball, ne? Wir haben trainiert und wir sind, wenn irgendwie, wir hatten ja dann von der Schule aus noch so Sport morgens und da haben wir dann auch immer noch auf dem Platz und dann, wenn Samstag Spiel war und wir ein Heimspiel hatten, sind wir Sonntag noch auf dem Kunstrasen gegangen und haben noch ein bisschen gebolzt, so. Und der hat schon eine unglaubliche Schusstechnik damals gehabt, so, der hat jeden Ball reingemacht mit Arschbolzen und so, alles kennst du ja auch, die Spiele dann, so, das, also zielstrebig und wirklich, also. Aber da weißt du auch, weißt du, da weißt du auch halt, dass es für dich genau das ist, was du liebst, was du machst, wenn du halt wirklich, wenn es kein zu viel gibt, wenn es kein zu viel gibt. Definitiv, ja. Das ist, das war Amazon, hallo, hallo, das, das ist so geil, genau, ich habe es mit Alex auch besprochen, dieses einfache Alex Sorge, verlinkt hier irgendwo. Liebe Grüße. Liebe Grüße. Wir sehen uns bald wieder. Genau. Bist du eigentlich auch in der Gruppe, bist du nicht mit drin, ne? Ich bin nur. Der hat jetzt in der WhatsApp-Gruppe gemacht, Budenzauber, Alex Sorge, weil, damit, ohne sich zu verletzen hoffentlich, da lieber Alex, ja, ist wichtig, mal ein bisschen Freizeit kicken in der Soccer-World. Ja, der hatte mich schon, also wir hatten Kontakt zwischen den Tagen jetzt, frohe Weihnachten, haben uns gewünscht und gesagt, wenn er jetzt hier in Leipzig ist, dass wir uns auf jeden Fall mal wiedersehen, ja. Unbedingt, also ganz, ganz feiner, feiner Typ. Und der war eben auch so, das ist ja das Faszinierende, dass du, auch wenn das jetzt nicht dein Beruf wäre und alles drum und dran, aber wenn jemand schreibt, ey, gehen wir einfach in klarer Park Padiagos wegfetzen. Machen. Raus. Raus und da stehst du auf dem Testfeld an der Uni hier in Leipzig und ich habe mit einem Kumpel von mir da, mit einem meiner besten Jungs auch, die guckt Leute von draußen an und die keinen Bezug zum Fußball haben, also was machen die denn da, ne? Und du klopfst da einfach nur 30er, hin und her, hin und her und hin und her und denkst, das könntest du drei Stunden machen. Ja, so fing das ja bei meinem Vater an, es war so ein, also ich weiß nicht, ob es ein Kleinfeld, ich glaube, das waren die Maße so ungefähr, ein kleineres Kleinfeld oder so ein Hallentonnel, das war, glaube ich, so die Größe von der Soccer World ungefähr so. Und auch zwei normale Kleinfeldtore, da hast du halt immer, bis zur Mittellinie darfst du gehen, schießen. Und das machst du zwei Stunden, da steht es am Ende 50 zu 50 und dann wird es einfach nur dunkel, du musst nach Hause und denkst dir, hä, warum, wir spielen doch erst seit vier Stunden. Ey, das ist, und das ist, und ich weiß, und das schafft eben keine andere Sportart, finde ich. Finde ich. Also ich habe es nie kennengelernt. Basketball vielleicht noch so, wenn du noch einen Korb irgendwo hast, ne, dann ist das auch manchmal so. Ich glaube auch, ja, ich hatte in Rostock, hatte ich jetzt mit einem Kumpel Darian, der ist jetzt in Heidelberg, auch Basketball, der hat mich da für ein bisschen so begeistert, ich war dort oft zugucken und das hat auch eine ganz eigene Dynamik. Ach, der spielt in Heidelberg bei den, äh, ne, er hat jetzt aufgehört professionell, der war in Rostock bei den, äh, boah, Seawolves. Seawolves heißen die, genau, ja, genau, irgendwas mit See. Und da war ich dann oft wegen ihm zugucken und das hat auch eine ganz eigene Dynamik, das hat auch was Mitreißendes. Und ich glaube tatsächlich auch, wenn du einen Ball in den Korb hast, dass du da selber stundenlang irgendwie für dich selber in deiner eigenen Welt abtauchen kannst, ja. Und das ist, ne, oder eben genauso beim Fußball, dass man auch mal einfach, ne, irgendwo rumsitzt zusammen und chillt an so einem Court und so, das ist vielleicht noch das ähnliche. Aber dann ist schon, fürs Volleyballspielen brauchst du schon wieder jemanden? Tennis. Lieb ich auch, brauchst du auch wieder jemanden? Tennis, brauchst du auch wieder jemanden? Tennis, brauchst du auch wieder jemanden? Ne, brauchst du irgendwie, na klar kannst du die Platte hochklappen, aber es ist nicht dasselbe, ne. Das ist auch klar, ja. Aber klar, irgendwas fehlt dann halt, ne. Aber Fußball ist halt so, boah, nice, ey. Okay, Bremen, und du warst dann lange in Bremen, ne? Du hast ja fünf Jahre und dann ging es irgendwann? Ja, ich war von 2019 bis, äh, von 2009 bis 2016, 17, glaube ich. Also ich habe jede Jugendmannschaft, ich war halt U15, dann war ich zwei Jahre in der U17, zwei Jahre U19 und dann war ich zwei Jahre im Herrenbereich. Einmal, also im ersten Jahr sind wir dann aufgestiegen in die Drittliga aus der Regionalliga und dann habe ich noch, ne, sogar da noch zwei Jahre Drittliga gespielt. Also ich bin mit 21 dann nach Dresden gegangen. Mit Bremen zwei, ne? Mit Bremen zwei, genau. Sogar die ersten Profijahre hast du dann quasi... Genau, genau, die ersten Profijahre, wo dann die Drittliga-Wage war, genau, war dann in Bremen und so. Da hatten wir auch eine echt coole Mannschaft, da sind auch viele, viele irgendwie durchgekommen und ja, war Wahnsinn so. So dann den Weg, also es ist halt einfach kein großer Sprung mehr, ne. Also natürlich wirkt es so. Aber weil es die zweite Mannschaft gibt, ne? Und deswegen... Also die ist oft verrufen so, aber ich glaube, umso höher die zweite Mannschaft. Natürlich muss man schauen, dass es auch finanziell irgendwie lukrativ für den Verein bleibt und du jetzt nicht Unmengen an Ausgaben hast und dann aber keiner durchkommt. So, aber... Also ich glaube, so gerade für eine Mannschaft wie Bremen, die in dem Fall damals ja einfach nicht mehr an die alten Tage anknüpfen konnte, dann eine Mannschaft oder ne... ne Drittliga-Mannschaft zu haben, wo halt der Sport... Es ist ein Profi, so du spielst gegen Profi-Mannschaften so auf Profi-Niveau und du spielst gegen Männer. So und es ist halt kein Disrespect gegen die Regionalliga, aber die Drittliga ist halt einfach ein anderes Niveau so von den Spielern. Das sind halt Profis, Ex-Zweitliga-Profis und da wirst du... Oder noch höher. Oder noch höher, genau. Und wenn da ist der Sprung halt einfach... Und dann war zu dem Zeitpunkt damals, war das mit Davy Selke, Florian Grilic und so, die sind ja dann alle nach oben und haben dann den Klassenerhalt so geschafft, weil halt einfach der Sprung nicht mehr zu weit ist. Wenn ich das jetzt sehe, die sind letztes Jahr aus der Regionalliga leider abgestiegen. Ich bin jetzt in der Bremen-Liga ein Jahr, die werden wieder hoch. Die sind mit Abstand der Erste, haben irgendwie 100 Tore schon geschossen nach den ersten 15 Spielen. Aber da ist der Sprung halt schon sehr, sehr weit jetzt. Und du willst... Also klar, die haben Spielpraxis, aber halt nicht auf dem Niveau, wo du sagst, okay, die kannst du jetzt am Wochenende, wenn sich mal einer verletzt, reinwerfen. Das ist schon Wahnsinn. Und deswegen sage ich also, diese zweiten Mannschaften, klar sind sie nicht gern gesehen in der dritten Liga, weil die Fans vielleicht nicht so da sind. Aber du findest immer eine Top-Bedingung vor. Der Rasen wird immer top sein als Auswärtsmannschaft, wenn du dort spielst. Und das sind halt immer... Damals waren es die geilsten Spiele, als ich dann auch nach Rostock gegangen bin und da gegen die zweiten Mannschaften gespielt habe. Weil das sind Mannschaften, die wollen Fußball spielen, die wollen kicken. Die kommen gerade aus der U19 raus, das sind junge Spieler. Die wollen Fußball spielen, die schlagen keine Bälle lang. Und da waren sie, genau, da waren sie die Besten und da waren sie... Und die haben noch eine ganz andere Grundmotivation. Selbstvertrauen auch noch. Also die gehen da rein und denken, ja... Also so war ich ja auch, als ich aus der U19 kam, so ey, ich bin bei einem Bundesligisten. Wir sind so, das ist jetzt... Hold my fishbrötchen. Ja, das ist der nächste Schritt vor dem ganz großen Schritt in die Bundesliga. Du hast ein unglaubliches Selbstvertrauen und fährst dann halt... Für uns damals, erster Spieltag wurde ausgelost, fährst nach Rostock, gehst da hin und denkst, ja, geil, ne? Erster Spieltag in Rostock, Ostseestadion. Das waren irgendwie 30 Grad. Das hat getriegt. Da waren 25.000 da. Und dann scheißt du dir ein, ne? Wirklich, du denkst, ey, du bist der geilste Macke. Und dann scheißt du dir ein, wirklich. Also wirklich, ich hab da das erste Mal diese Hymne da, Hansa Forever, gehört. Und das singen die bis zur fünften Minute dann noch nach. Und die ersten 15 Minuten, ich glaub, ein Ballkontakt vielleicht ins Aus gehabt oder so. Ich hab mich nur umgeschaut. Ich dachte, Alter, jetzt sind wir hier, das ist Profifußball, ne? Du fährst nicht mehr nach Flensburg oder nach... Zur Weiche. Ja, oder irgendwie so, ne? Sondern du bist jetzt hier im Profifußball angekommen. Und da hast du wirklich eingeschissen, so, ne? Das war auch ein unglaubliches Spiel, wirklich. Also wir lagen relativ schnell 1-0 zurück irgendwie. Und dann dachte ich, okay, hier gehst du unter, hier gehst du unter. Keine Chance. Und dann haben wir in der zweiten Halbzeit noch irgendwie gedreht. Und haben dann einfach trotzdem so mit der Leichtigkeit dann, die wir wiedergefunden haben, noch 2-1 gewonnen. Aber ja, das ist so, die zweiten Mannschaften, ich seh da nur Positives dran, umso höher die spielen. Und man hört's ja auch immer mehr wieder. Ja. Jetzt gerade auch mit der Entwicklung. Und wir müssen jetzt nicht über den DFB reden, um Gottes Willen. Aber man hört das ja immer wieder und auch häufiger. Ach, vielleicht ist dann doch, ich meine zum Beispiel in Spanien, ne? Wenn die teilweise halt mit 15, 16 schon zu einem Oberligisten geschickt werden, zu den B-Teams. Einfach nach dem Motto, du spielst mit 15 halt schon Männerfußball. Weil das ist halt, wie du sagst, ein komplett anderer Schlag. Ja, oder teilweise werden die jetzt bei Barcelona reingeworfen, beim FC Barcelona. Weil die auch müssen natürlich, weil die hoffentlich immer das Geld haben jetzt. Aber trotzdem, 16-Jährige, die dort spielen, so, ne? Und na klar, haben die nochmal eine ganz andere Dichte an Leuten, wo du denkst, ey, wo kommt der schon wieder her? Und Gaby hat mit 19, 100 La Liga-Spieler, ich will immer noch Primärer-Division sagen, aber heißt das schon nicht mehr so. Das ist halt schon wild, aber du hast auch eins. Ich hab auch eins, ja. Du hast auch eins. Ich hab mich früher, ich hab früher Kickerhefte gesammelt. Oder immer gerne gelesen, sag doch mal so. Also, ich hab gerne Kickerhefte gelesen und am meisten fasziniert hat mich schon immer irgendwie so die Statistik. Deswegen bin ich vielleicht auch so ein Statistik-Nerd geworden. Ja, ich schau auch immer auf Statistik. Und da war immer jeder Spieler aufgeschlüsselt und am spannendsten fand ich die, die immer so ein, zwei, drei Bundesliga-Spiele wirklich gemacht haben in der Saison. Um so festzustellen, okay, krass, wird da noch was? Oder war das das Letzte? Oder war das der Start einer Riesenkarriere? Oder jetzt in zehn Jahren später guckt man drauf, ach krass und krass, der hat auch Bundesliga gespielt. Ich glaube, wir brauchen nicht drüber reden, was es für ein Gefühl für dich war, Bundesliga zu spielen. Ja. Aber mit einem Bundesliga-Spiel, wie fühlt man sich da? Das kann dir keiner mehr nehmen. Also natürlich hätte ich gehofft, dass mehr dazu kommt. Aber in dem Moment denkst du dir, okay, das kann dir keiner mehr nehmen. Nach dem Spiel war es so unfassbar stolz. War auch eine ganz, ganz lustige Geschichte, wie es überhaupt dazu kam. Also ich habe oft oder regelmäßig bei den Profis mittrainiert und war dann, glaube ich, auch ein, zwei Mal vorher im Kader. Aber in dem Moment war ich mit der zweiten Mannschaft, dritte Liga, bin nach Erfurt gefahren und war in Erfurt angekommen. So nächsten Tag hätten wir mit der zweiten Mannschaft gespielt in Erfurt und die Profis auch zu Hause gegen Leverkusen in dem Fall. Und sind angekommen in Erfurt und dann ist der Sportdirektor, also der Nachwuchsleistungs, Björn Schierenberg war das damals, mit uns mitgefahren. Und wollte sich halt das Spiel anschauen und sagt, wir steigen aus dem Bus aus, sagt Marcel, komm mal kurz. Wir essen jetzt hier kurz, wir sind in Erfurt, wie lange sind wir gefahren? Sechs Stunden, fünf Stunden, sechs Stunden, so ungefähr. Wir essen jetzt hier gleich und dann müssen wir wieder zurück. Ich so, wieso, was ist los? Ja, du bist morgen im Kader bei den Profis. Ich so, okay, geil, geil. Also war so erst so ein bisschen ungläubig, aber dann dachte ich, ja, geil, okay, vielleicht morgen ist es soweit. Das Heimspiel wäre eigentlich perfekt. Ist du dort um, keine Ahnung, 18 Uhr, 18.30 Uhr, fährst wieder zurück bis mitten in der Nacht dort im Hotel, kommst ins Mannschaftshotel, kriegst eine Zimmerkarte. Zimmerkarte, ich komme rein. Ich dachte, ich hätte ein normales Zimmer, weil alle anderen pennen ja schon. Komm rein, komm ins Zimmer bei Yannick Westergaard rein. Ich gucke so um die Ecke auf einmal, steht der auf, was ist mit dir los? Also klar, wir kannten uns, aber ich war mitten in der Nacht da. Der so, hä, was ist denn jetzt los? Such dir mal bitte ein eigenes Zimmer oder so. Und dann steht dann dieser zwei Meter Mann vor dir und denkst so, scheiße, tut mir leid, ey. Komplett in der Spielvorbereitung, komplett da reingekackt. Und dann gehst du zurück zur Rezeption und sagst, wir haben keine Zimmer mehr frei. Dann habe ich da irgendeine Abstellkammer bekommen, wirklich mit so einem, das war nicht breiter hier als das Sofa, so ein Bett. Mir egal, ich konnte pennen, morgen früh zum Frühstück gegangen. Alle sagen, guck, wo kommt der auf einmal her jetzt so, ne? Ja, was machst du denn jetzt, ne? Ich sage, ja, ich bin gestern Abend noch gekommen. Okay, geil. Und dann bin ich da, ja, dann war es wirklich so, dann dachte ich, okay, heute vielleicht wieder im Kader. Glaubst nicht dran, dass du reinkommst, sondern steht es 1-0 für Leverkusen und dann war es kurz nach der Halbzeit. Das war sehr lang und dann habe ich, wenn die überhaupt, habe ich überlegt, 5 Minuten, vielleicht 10 Minuten. Dann war es kurz nach der Halbzeit, dann waren es wirklich so 40 Minuten, wo man dann einfach auf einmal kommt dieses Trikot hoch. Und denkst so, weil auf der Bank machen die natürlich auch oder beim Aufwärmen. Du guckst als junger Spieler, der noch keinen Einsatz hat, guckst du da nicht hin. Und dann gibt es da ganz, ganz viele, die dann irgendwie sagen, hey, hier, pass auf, schau mal, guck mal da, guck mal dein Trikot. Und du denkst so, ja, verarsch mich doch nicht, ne? Also du spielst mit meinen Gefühlen hier gerade, ey, für mich ist das ein Traum. Du kommst jede Woche, du spielst jede Woche hier, aber verarsch mich doch nicht. Nein, nein, wirklich, wirklich. Und dann halten die wirklich den Trikot hoch. Und dann läufst du da diese halbe Kurve zur Bank und das ist wie ein Traum. Also du nimmst das gar nicht mehr wahr, so das ist wie in so einer Blase. Das war ganz verrückt. Und ja, dann stand es 1-0, dann war ein Freistoß am 16er. Und auf einmal kommst du rein und denkst, ja, Mann, das Spiel, das drehen wir noch, geil. Den Freistoß macht Julian Brandt in den Winkel rein. 2-0 und denkst, du Juni, der Weg ist ein bisschen länger geworden, ne? Ja, gut. So, und ja, aber trotzdem, du nimmst das, saugst das alles auf. Und in dem Moment realisierst du es gar nicht, aber ich habe nicht geschlafen in der Nacht danach. Ich habe die Bilder, ich habe mir die Einwechslung hundertmal angeschaut, so wie du da auf dem Platz läufst. Und ja, unglaublich stolz einfach gewesen. Das war schon, war sehr, sehr krass. Hat man dann das Gefühl von, jetzt geht es richtig los? Oder hat man das Gefühl von, ich bin schon da, wo ich immerhin wollte? Nein, nein, man hat das Gefühl schon, so auf jeden Fall. Aber ich war dann auch nochmal wieder nächste Woche bei der U23. Also es war dann schon so ein Ablauf drin, der sich nicht verändert hat. Also du hast ein, zwei Mal bei den Profis mittrainiert. Dann bist du ab Donnerstag wieder zur U23 runtergegangen, weil da am Wochenende das Spiel war, sodass du da mittrainierst. Und das war auch in Ordnung für mich so. Aber ich dachte halt, okay, jetzt ist ein Fuß in der Tür. Von hier an kannst du nur noch bergauf gehen. Und dann gehst du natürlich auch in die nächsten Spiele mit einem unheimlichen Selbstvertrauen in der dritten Liga. Das kommt dann natürlich auch dazu, wo du denkst, okay, deine Mitspieler haben vielleicht auch gesehen, der ist in der Bundesliga reingeworfen worden, dass du was ganz anderes ausstrahlst irgendwie so. Und ja, ich hätte gehofft, dass noch mehr dazukommen, aber es war halt dann einfach nicht der Fall. Aber im Endeffekt, das eine ist schon so viel mehr, als es nimmt dir keiner mehr. Es ist ein Traum in Erfüllung gegangen und das war unglaublich. Und manchmal ist das so, weißt du, das ist so, das ist ein ganz krummer Vergleich, aber das geht mir mit Tomorrowland zum Beispiel so. Ich war zweimal dort und ich habe geliebt und geweint vor Freude bei beiden Malen und es war fantastisch überragend, aber ich glaube, vielleicht wäre es sogar cool gewesen, ich hätte mich irgendwie zurückhalten können das zweite Mal und es wäre eben dieses einmalige Ding gewesen. Und ich glaube, manchmal ist es das vielleicht sogar das Besondere, dass du dort eine halbe Stunde Bundesliga gespielt hast, als viermal reingekommen in 90 plus 1. Weißt du, was ich meine? Ja, das auf jeden Fall, hundertprozentig, ja. Ja, also definitiv, das war fast eine Halbzeit, also das war todesanstrengend, weil du natürlich auch, du willst mehr laufen, ja, anderes Level A. Also nicht mal von der Geschwindigkeit, aber von der Intensität in bestimmten Spielabschnitten, es ist einfach so viel, die wissen genau, wann musst du draufbleiben, wann ist das Tempo da mit Anlaufen und ganzen, das ist unglaublich, die Qualität in den Passen, wo du dir vielleicht in der dritten Liga denkst, ah, wenn er eine scheiß Ballannahme hat, dann bin ich da, die haben die dort nicht. Der klebt. Die haben die dort nicht, du läufst es an, aber die haben die nicht. So, du läufst es 15 Mal an, die haben die nicht. Das ist einfach wirklich so, aber es stimmt wirklich, also, auch wenn ich jetzt oft so angesprochen bin, ja, Bundesliga mal gespielt, Bundesliga, es war ein Einsatz, so, aber ich würde mich niemals, nie, nie, nie Bundesligaspieler nennen. So, das war ein Einsatz, ich habe da, wie gesagt, regelmäßig in dem Team mittrainiert, aber ich bin kein Bundesligaspieler, aber ich bin sehr, 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 sehr dankbar für diesen Einsatz, also unglaublich. Wie gesagt, den kann ich meinem Kind, meinen Enkelkindern irgendwann erzählen, so, ich habe mal in der Bundesliga einen Einsatz gehabt. So, und ich wollte gerade sagen, das würde jeder genauso machen. Das würde jeder genauso machen und es ist, man merkt das ja auch und ich finde das auch immer, also, es gibt Menschen, die haben natürlich Spaß daran, jemanden so einen Erfolg kaputt zu reden und klein zu reden und so, ne, und natürlich dann zu sagen, ey, ach komm, übertreib jetzt mal nicht, wie gesagt, zwar eine halbe Stunde Bundesliga oder 35 Minuten, aber jemanden diese Freude zu nehmen, ist einfach so asozial und es ist einfach... Gab es auch, also gab es in dem Fall bestimmt auch irgendwie, also immer noch irgendwelche Nachrichten, ich habe mir damals, so wie heute, ich lese mir die ganzen Nachrichten eh nicht durch, was irgendwie negativ geredet wird und wird es immer geben, glaube ich, irgendwelche, die, aber das kann dir keiner nehmen, das kann dir einfach keiner nehmen, das ist in dem Fall, ist es wahrscheinlich neid. Jeder andere würde unterschreiben, halbe Stunde, eine Halbzeit, ein Spiel, Bundesliga, sofort, sofort, und mega, aber nichtsdestotrotz bist du dann ja in dem zweiten dann, ja, dann, also, bin ich dann nach Dresden gegangen. Nach Dresden, genau, also es war dann quasi... Mal zu einem Verein mit richtigen Fans, Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Oh, du, die Bremer Fans. Privatmeinung Patrick Fritsche, das muss ich immer dazu erzählen, das war jetzt nicht Journalist, das war jetzt Privatmeinung Patrick Fritsche. Nein, um Gottes Willen, aber natürlich wieder zurück in die Heimat erstmal, ganz grob. Richtung Heimat, Richtung Heimat, und natürlich, und ich will es trotzdem vergleichen, zu einem Verein, wo trotzdem, glaube ich, ein bisschen mehr Wucht da ist und vielleicht auch ein bisschen mehr noch positive Beklopptheit für den Fußball. Ja, also ich glaube, die Vereine kann man nicht vergleichen, also das würde ich erstmal so sagen. Bremen ist halt, trotz dessen, dass es nicht mehr so die alten Tage waren, keine Champions League und alles, es ist trotzdem eine unglaubliche Power, was dort kommt, gerade wenn man das sieht, so die letzten Spieltage, wo es um den Abstieg geht, was da los ist, so die Fans, die begleiten einen durch die ganze Stadt, da ist auch eine unglaubliche Power, aber man hat das Gefühl, dort ist mehr Friede, Freude, Eierkuchen, so die ganze Stadt lebt das, jeder ist Bremen-Fan dort und es ist alles schön und es ist alles toll. Es ist der sportliche Stolz der ganzen Region, da ist ja sonst nicht mehr viel da. Definitiv, aber du kommst dann halt hier hin und du merkst, was du gerade schon gesagt hast, Power, das ist also wow, wirklich, also nicht nur Druck, also allgemein auch Power, was wenn du in diesem Stadion aufläufst, das sind vielleicht 10.000, 15.000 weniger als im Weserstadion, aber das meine ich mit dem Druck von der Tribüne, meine ich, diese positive Aggressivität auch so ein bisschen und dieses ein bisschen im Durchschnitt, die wird es bei Bremen auch geben, aber so mein Eindruck ist, das ist aber allgemein und du hast ja bei einigen Ostvereinen, kommen wir noch zu, gespielt ja auch, dass das allgemein im Osten, ich sage immer so schön, wenn Dynamo Freitagabend verloren hat, war bei Oma am Sonntag Kaffeetisch noch schlechte Laune. Das zieht sich durch. Das ist halt das, diese Liebe und die ist auch nicht immer gut und diese exzessive, fast so eine Religionsverklärung, die der Fußball da einnimmt. In beide Seiten kann es halt, wenn es gut läuft, aber kann halt auch negativ sein. Ich hatte ja gehört, ich weiß gar nicht, also da war ich noch nicht in Dresden, es gab ja glaube ich dieses eine, ja ich weiß nicht, sind sie glaube ich abgestiegen gegen Bielefeld am letzten Spieltag oder so und dann irgendwie die Banner, ihr habt irgendwie eine Stunde Zeit, die Stadt zu verlassen oder irgendwie sowas, so kann es halt auch sein, aber in unserem Fall war es jetzt, also für mich war es sowieso jetzt der nächste Schritt dann, also ich dachte aus Bremen war so, Bundesliga war ein Einsatz da, dritte Liga habe ich jedes Spiel gemacht, habe dort gut performt, was ist so der nächste Step? Ja, Dynamo ist aufgestiegen, zweite Liga. Und ein Name. Und ist ein Name, plus wie du gesagt hast, zurück Richtung Leipzig, war eine Stunde nach Leipzig, war jede Woche da, also zweimal, dreimal die Woche, meine Freunde waren da, die konnten mich besuchen, war immer da, es war einfach geil wieder so, es war wirklich wieder ein heimisches Gefühl und dann haben wir natürlich auch als Aufsteiger ein unglaubliches Jahr gespielt, also ich muss sagen, wir sind am Ende, sind wir glaube ich 5. oder 6. geworden, glaube ich. Und wir waren bis, also wirklich im Winter waren wir Dritter und haben immer um die Aufstiege, also das war ein unglaubliches Jahr und das war das, was ich meine, mit der Euphorie. Und Pokal rausgehauen, wir haben es vorhin schon oft besprochen, aber RB im Pokal rausgehauen, das erste Pflichtspiel gegen den Bösen aus Leipzig in Anführungszeichen, das war ja unglaublich, ja. Verklärt dieses Spiel, die Auslosung, ich weiß noch, ich mache mich ja nicht frei, um Gottes Willen, das wäre jetzt geheuchelt, aber ich war ja nun mal, ich bin in der Nähe von Dresden geboren und aufgewachsen, ich war viel im Stadion, ich würde jetzt nicht mehr sagen, dass ich Fan bin, A, gehört für mich zum Fansein mehr dazu und B, natürlich bin ich vor allem erstmal auch per se neutral in meiner Funktion, wo ich so draußen rumlaufe, aber klar ist einfach ein emotionaler Bezug da und ich meine, es gibt auch andere wesentlich viel bekanntere, größere Journalisten, Thomas Wagner zum Beispiel, den ich sehr schätze von Magenta und von Sky und drum und dran, der ganz klar sagt, er ist HSV-Fan und er geht trotzdem zu HSV gegen Pauli, das geht schon, also dieses auch Getue so, dass Journalisten nicht auch irgendwo Fan sein dürfen, das ist ein bisschen überholt, finde ich persönlich auch. Jeder darf ja eine Meinung haben, also klar, du musst in deiner Moderation neutral bleiben, vollkommen richtig, aber du darfst ja trotzdem Fan sein, bist ja trotzdem Mensch, also du darfst ja trotzdem sympathieren, ne? Genau, und natürlich war das damals noch, da kommt RB Leipzig, jetzt ist es auch witzig halt, weil ich jetzt auch für RB viel mache und für RB Leipzig auch schon und denen auch schon super dankbar bin für viele Sachen und mit den Leuten, die ich da super verstehe, damals 2016 war es halt so, boah, Pokal, Pokal, Dynamo und RB kommt, holler die Waldfee. Alles kann passieren, gerade in dem Stadion. In dem Stadion. Da hast du wieder die Power, ne? Und es ist ja alles passiert, wir haben ja drüber gesprochen, über diesen, den abgeschlagenen Bullenkopf, der da geflogen ist, ja. Und dann, ich hab dann, Wahnsinn. Wahnsinn, ja. Also völlig, das kann man auch, natürlich ist das komplett pietätlos und das war ja, also auf die Idee schon mal zu kommen, musst du ja. Verrückt. Und dann, das Ding ja, das lag ja Tage vorher im Stadion, dann war ja so, wie kommt das an dem Tag ins Stadion, wo ich gesagt habe. Ja, ich hab mich auch immer gefragt, wie kommt, also. Ich sag nicht woher, aber ich sag, dass ich es ganz genau weiß, das war Tage vorher im Stadion. Krass. Das Ding war schon Tage vorher versteckt im Stadion. Also manchmal, allgemein jetzt nicht nur mit dem Bullenkopf, ich frag mich wirklich, wie kommt das rein, ne? Das ist ja genau dieses. Es gibt auch immer Leute vom Verein, die Schlüssel zu, ne? Und drum und dran. Definitiv. Deswegen, und das ist auch, finde ich, bis zu einem gewissen Grad einfach in Ordnung. Ich hab ja, wie gesagt, mit Mastien auch schon, das saß ja auch schon auf der Couch hier. Ich bin ein großer Befürworter, wenn es ein Block bleibt, von Pyrotechnik und ich, also für mich als Spieler, ich kann es nur als Spieler sagen, ich stand noch nie wirklich so im Block mit, oder weiß nicht, wie sich das da anfühlt aus der Blocksicht, aber als Spieler, für mich das ist das geilste, das geilste Spiel war für mich gegen Frankfurt vor ein paar Monaten. Da war, von 90 Minuten waren 80 Minuten Pyro-Raketen, also das ist das Geilste auf der Welt, wenn du rausguckst und du siehst die Fans, alle feiern, da leuchtet's, da raucht's. Für mich ist es geil, also als Spieler ist das irgendwie noch mehr Motivation, das gehört einfach zum Fußballfeeling dazu. Und es gibt keinen Spieler, ich hab noch keinen Spieler, auch jetzt die, die ich so, sag ich mal, presial kenne, wenn man sich mal so unterhält, ohne dass jemand was aufnimmt oder mitschreibt oder sowas. Ich hab noch von keinem gehört, Paddy, find ich total scheiße. Noch von keinem. Darf keiner sagen, aber ich hab noch von keinem Spieler irgendwas gehört. Natürlich muss man vorsichtig sein, soll keiner verletzt werden. Wie gesagt, die Grundprämisse, dass es im Block bleibt, dass es nicht böllert, Böller sind der letzte Schwachsinn, aber einfach die optischen Sachen, wenn's blinkt und raucht und wenn irgendwann, okay, klar, wenn der Wind scheiße steht und das drückt's in den Block und die Leute haben Atemnot, alles, dann ist es scheiße und muss weg, sofort. Aber wenn das in der Bahn abläuft, wo danach sich ja angucken im Block alle und sagen, ja, war geil, nix passiert, alles cool, dann schepperlos. Ja, ist auch wirklich, also gab's ganz oft, Dresden sowieso, Rostock auch. Wahnsinn, wir haben da auch erste DFB-Pokalrunde gegen Stuttgart damals. Der ganz, die ganze Ostrubien hat geraucht und, also es war komplett rot, rot. Du hast keinen Menschen mehr gesehen, es war komplett rot. Das heißt, da müssen, keine Ahnung, 600, 700 Bengalos gewesen sein. Es war einfach, es war irre, es war einfach irre. So, und das, da denkst du halt und denkst, geil, dafür, das ist ein geiles Spiel. Auch Abendspiele sowieso nochmal ein bisschen mehr. Das ist schon, also mich pusht, ich find's geil. So, deswegen, ne, auch das Privatmeinung. Aber, ja, na klar, auf der anderen Seite, wie gesagt, Dynamo, wir sind hingekommen. RB, Pokal, was für ein Saisonauftakt auch. Dann gleich, RB damals rausgeschmissen aus dem Pokal. Eine ganze Stadt so unglaublich stolz und glücklich gemacht. Und dann warst du halt da, im Tollhaus, zweite Bundesliga mit einem Verein, der im positivsten Sinne geisteskrank ist. Ja, die Euphorie hat's halt unglaublich getragen. Ich glaube, jeder Aufsteiger hat irgendwie die Euphorie, du siehst es bei Elversberg, du hast es letztes Jahr bei Lautern gesehen, die haben auch lange, so diese Euphorie, die nimmst du ja an, das kommt der Aufsteiger auf. Ich hab noch nie da gespielt, ich war damals mal da, aber ich hab noch nie da gespielt und ich glaube, die haben auch schon unglaubliche Power und Kraft, die sie da mit reintragen. Aber was ich meine, die Euphorie bei den Aufsteigern, die ist oft da. Du hast oft dieses Momentum und wenn du dann natürlich so Sachen wie DFB-Pokal weiterkommst, Lautern ist ja jetzt auch, glaube ich, wieder im DFB-Pokal weiter. Viertelfinal, die jetzt hat er. Ja, ich bin mit Terrence sehr, 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 sehr gut. Da hab ich dich kurz eingrätschen im Moment an der Stelle. Das erste Mal, du wirst dich nicht erinnern, woher auch. Da kommen wir auch noch hin, später war die HFC-Zeit. Da hab ich das allererste Mal live gesehen. Also ich überlege, wie ich das verpacke, weil Terrence ist ja noch in der 2. Liga unterwegs. Wie ist das, dass jemand ein falsches Bild bekommt. Also ihr habt da wirklich nicht mitgeraucht, aber der weiße, ihr kamt, glaube ich, vom Dönerladen auf der Jana-Allee an und habt euch damals in die, wie hieß die Shisha-Bar, keine Ahnung, in die Kadamon-Bar, in die Kadamon gesetzt. Und ich saß da mit Kumpels und dann kamt ihr rein, Terrence Boyd da, genüsslichst in sein Dürrüm gebissen und hab da einfach gegessen und gechillt. Und das war das erste Mal, wo ich, klar, ich wusste ja, Fußballprofis beim HFC, ich wusste es ja. Deswegen, da war ich gerade, so muss ich gerade dran denken, das hab ich das erste Mal dich wahrgenommen. Und jetzt sitzen wir hier, sechs Jahre später, das Leben ist verrückt, oder? Das ist wirklich verrückt, ja. Das Leben ist, Leben ist geklappt. Aber so, ich glaube, damals war das auch so einfach im irgendwie zusammen, dieses Zusammensitzen, also es ist egal, ob es da eine Shisha-Bar ist oder irgendwie nicht, einfach mit den Jungs irgendwie zusammensitzen, Fußball gucken, im besten Falle noch irgendwo so. Lief immer, genau. Ja, das ist schon eine witzige Story. Ja, genau, aber das war dann quasi, ja, laut dann auch geisteskrank, wie gesagt, wo er jetzt auch noch ist. Aber Dynamo und zweite Liga-Saison dann gespielt. Ja. Es war durchwachsen für mich, also ich muss sagen, ich hatte am Ende, glaube ich, jetzt stehen trotzdem irgendwie 13 oder 14 Einsätze zu Buche. Davon, glaube ich, trotzdem vier oder fünf von Anfang an. Klar wünscht man sich, dass man jedes Spiel macht, aber ich glaube, in so einem, wir haben halt unglaubliche Qualität noch dazugewonnen dann, mit Akagi Gogia damals, der eine unfassbare Saison gespielt hat. Marvin Stefaniak hat eine Wahnsinns-, also hat die Euphorie aus der dritten Liga mitgenommen, hat dort auch brutal performt. Das war ja auch die Pre-Wolfsburg-Saison, glaube ich, dann, ne? Genau, wo er dann, ja, der unglaubliche Saison hat. Er hat, glaube ich, gespielt, danach ist er nach Wolfsburg gegangen. Dann Niklas Hauptmann, sein, glaube ich, der ist ja das erste oder zweite Jahr bei den Herren gewesen. Wahnsinn, was für ein Talent. Und der rennt durch die dritte Liga und jeder, jeder sagt, jeder Reporter, jeder Moderator, jeder Spieler, jeder Gegner sagt, was macht denn der eigentlich hier in der dritten Liga? Ja, es ist, also, die Bewegung, also, ich habe es schon so oft, auch jetzt fernab von irgendwelchen Podcasts oder irgendwas erzählt, ich glaube, in dem Jahr, der hat sich einmal falsch aufgedreht im Training. Der hat keinen Ball verloren, das ist unfassbar gewesen. Also, ich dachte, wow, wirklich, wow, der schafft es hundertprozentig nach ganz, ganz oben, auch im Kopf, ein ganz, ganz klarer und feiner Kerl gewesen. Ruhig eher ein bisschen zurückhalten, weil er auch noch sehr jung war und hatte dann dort seine Jungs, mit denen er in der Jugend, glaube ich, dann zusammengespielt hat. Aber ich dachte mir, wow, wirklich, der hat Spiele entschieden für uns und der ist nicht, der wurde gefeiert von den Fans, die ganzen Gazetten, alle. Der war jede Woche in der Zeitung und der hat sich einfach runtergespielt mit einer Lockerheit, mit einer Leichtigkeit. Ich war, war ich wirklich beeindruckt. Und ja, dann war das halt einfach so ein Jahr, wo ich, ich habe Einsätze bekommen, jetzt nicht viel Spielentscheidendes, ich hatte, glaube ich, Uwe Neuhaus, genau. Jetzt nicht viel Spielentscheidendes, aber ich hatte meine Einsätze, ich hatte, glaube ich, eine Spielentscheidende Szene gegen Heidenheim, wo ich das Tor vorbereite. Aber ansonsten war das okay für mich, aber war halt jetzt trotzdem nicht das, wo man sich sagt, juhu, geil, so. Also trotzdem hast du mit 21 dann am Ende irgendwie 14 Bundesliga-Zweitligaspiele auf dem Konto, hast davon fünf oder sechs von Anfang an gespielt, aber du möchtest natürlich trotzdem jedes Spiel spielen. War das auch so ein bisschen so back to reality? Ich meine, davor ging es ja wirklich non-stop fast bergauf und dann so anzukommen, so zweite Liga und zu merken, das ist eben schon nochmal auch ein Unterschied zu einer U23 in Bremen. Ja, hundertprozentig, hundertprozentig. Aber es hat trotzdem Spaß gemacht, also ich möchte das jetzt nicht irgendwie falsch darstellen, weil wir halt einfach eine unglaublich geile Truppe hatten und es halt so lief, dass du halt trotzdem am Ende damit zufrieden warst. Du denkst, ey, wir haben eine geile Saison gespielt. Das war das beste Ergebnis der Vereinsgeschichte quasi, wenn du nach der Wende gehst eigentlich. Ja, wo wir vorhin drüber geredet haben, in einem ganz, ganz jungen Alter denkst du nur ich, ich, ich. In dem Fall war das dann so, ey, das war so eine geile Truppe, es hat Spaß gemacht. Wir waren oft zusammen mit der Truppe essen, irgendwie alle Leute, dann, ich hab viel mit Niklas Kreuzer und so gemacht, also wir waren immer in der Truppe, wir waren immer zusammen. So, es war nach dem Training, wollen wir essen gehen? Waren nie dieselben, waren immer verschiedene Leute, waren aber immer fünf, sechs Leute, die gesagt haben, jo, komm, Abfahrt. So, und das hat sehr, sehr gestimmt und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Geheimnis dieser, diese Saison gewesen. Und, ja, trotzdem war es am Ende nicht so hundertprozentig zufriedenstellend, weil, wie du schon sagst, also ich glaube, das war so Bundesliga-Einsatz in Bremen. Dann dachtest du, okay, du willst jetzt den nächsten Step machen, der nächste Step zu diesem großen Ziel Bundesliga wieder, ist die zweite Liga. Und dann, ja, war es jetzt, war es kein Sprungbrett, aber es war jetzt auch kein Reihenfall. Also, du standest halt am Ende irgendwie da so. Was war das? Ja, was war die Saison so? Für mich, also, weil an sich war es... Das hat mich trotzdem weitergebracht. Und menschlich war es überragend, wie du es halt sagst, und von der ganzen Lebensqualität halt auch. Aber klar ist es dann in dem Moment ja auch so ein bisschen dann der Job, in Anführungszeichen, wie bewertet man so sein Jahr dann beruflich so. Genau, genau. Und dann denkst du, also ich dachte mir halt so, geiles Jahr, hat Spaß gemacht. Ich habe trotzdem Einsätze, also es war kein verlorenes Jahr. Ich war immer im Kader oder regelmäßig im Kader. Ich glaube, also war ein paar Mal nicht im Kader, wie vorhin es gesagt, gegen RB zum Beispiel war ich nicht im Kader. Aber trotzdem, es hat irgendwie Spaß gemacht. Es war trotzdem geil. Aber du denkst ja trotzdem, um ganz oben angreifen zu müssen, musst du mal eine Saison durchspielen. Du musst irgendwo auf höherem Niveau durchspielen. Und dann war halt die Frage so, was ist es? Ist es nochmal eine Zweitligamannschaft oder gehst du den Schritt zurück in die dritte Liga wieder, die du kennst, die du schon zwei Jahre gespielt hast und performst dort halt einfach nochmal auf höherem Niveau, um dich irgendwie ins Blickfeld von einem Bundesligisten wieder zu spielen. Und das war dann die Entscheidung auch, ne? Das war dann die Entscheidung nach Rostock. Ich hatte mit Pavel Dotschev dann lange Gespräche und der hat mich dann nach Rostock geholt. Der wollte mich vorher schon nach Aue holen, wo wir dann nach Dresden gegangen sind. Und wir hatten da schon vorher Kontakt und er hat sich immer nach mir erkundigt. Und da war das dann relativ einfach, weil das ein super Typ ist. Also so unter all meinen Trainern, die ich hatte bis jetzt schon viele gute Trainer. Auch dann kommen wir bestimmt später noch drauf zu, mit Steffen Baumgart in Paderborn, auch wenn es da für mich nicht lief. Aber, also der, ganz, ganz krass, wirklich. Und aber Pavel Dotschev war so für mich, ja, so ein bisschen mein Ziehvater im Herrenfußball. Der hat die Hand über mich gelegt, hat mir sehr, sehr viel Vertrauen geschenkt. Und das habe ich in dem Moment dann auch gebraucht. Und das war unfassbar, wirklich. Also Rostock war dann das, was du dir erhofft hast, ne? Das war definitiv, also ich war von Anfang, ich bin, also selbst, wie ich dort hingekommen bin, ich habe, glaube ich, wir hatten Freitag das DFB-Pokalspiel. Ich bin Mittwochabend angekommen, habe Donnerstagmorgen trainiert und war am Freitag in der Startaufstellung. Und das war so dieses, okay, wow, die haben wirklich, also die setzen wirklich auf mich. So der Trainer hat wirklich Bock auf mich. Und ja, von da an lief es eigentlich dann bis zur Verletzung. War wie so ein Traum. Also wir haben gut gespielt, wir waren Vierter oder Fünfter, wir haben den Aufstieg noch mitgespielt. Oder dann wenigstens den Einzug in den DFB-Pokal, war ja dann der Platz vier noch drüber. Und ja, das war mit den Fans, wie ich schon gesagt habe, die auch eine unglaubliche Power haben, die jede Woche, egal wo, in tausenden Stückzahlen dort waren. Ostistadion, ja, auch zu Hause sowieso. Ja, dann das Leben dort, also ich finde eine unglaubliche Bereicherung fürs Leben gewesen. So dieses Leben an sich dort, für erst 20 Minuten bist du am Strand. Das ist es halt, ne? Der Hafen in Rostadt auch, wunderschön. Die Stadt ist halt klein und sweet so ein bisschen, ne? Und na klar, ruhiger, aber ist halt irgendwie schon, genau, also das entschleunigt auch ein bisschen, ne? Gerade so in diesem Profifußballgeschäft, wo du, sag ich mal, ja auch, glaube ich, vielen Extremen ausgesetzt bist, wo es nonstop, entweder bist du der Allergeiste oder bist die Plinze, warum spielt der noch hier? Das ist es, ja, ja, das war aber unglaublich, also es hat so Bock gemacht und, ja, dann kam halt leider die Verletzung so. Ja. Nein, dann passt mit manchen halt nicht so, ich möchte nicht sagen, dass ich mich dann vielleicht auch gar nicht so an meine Grenzen gegangen bin, auch einfach auf der persönlichen Ebene, weil es vielleicht nicht so gepasst hat. Wir hatten zum Beispiel nach Dresden, gab es die Möglichkeit nach Rostock oder dann halt noch nach Magdeburg zu gehen und da saß ich mit ihm auch zusammen in Magdeburg und habe mich dann aber halt für Rostock entschieden. Und irgendwie stand irgendwas, also ich habe immer noch das Gefühl, dass irgendwas Unausgesprochenes vielleicht zwischen uns stand so und in dem Fall war dann halt, ja, das hat halt einfach nicht so gepasst. Und ich glaube, dass ich mich dann halt auch aufgrund dessen nicht so an meine Grenzen habe bringen können und vielleicht auch nicht mehr die Leistung gebracht habe, wie es unter Pavel Dotschiff war. Ist halt krass, ne, weil das ist überall in Anführungszeichen die, natürlich eine ähnliche Geschichte, die einfach Profisportler haben, weil du noch so natürlich individuell brutal sein kannst und so. Das geht ja hoch bis in die größten Qualitätsstufen, egal welchen Verein, es gibt immer Spieler, die mit dem Trainer einfach nicht, ne, und das ist dann einfach so. Ja, das ist ja auch normal, jeder hat einen Charakter irgendwie und man muss ja nicht mit jedem Charakter klarkommen. Und du kannst es teilweise gar nicht begreifen, beziehungsweise in Worte packen, aber du merkst dann plötzlich irgendwie, das ist scheiße mit dem neuen Trainer und auf der anderen Seite, das habe ich Alex auch genauso, oder haben wir genauso besprochen, dieses, naja gut, aber jemand anderes, der vorher keine Rolle gespielt hat, der ist plötzlich dankbar, dass der Trainerwechsel stattfindet und dass nicht mehr Dotschiff da war zum Beispiel. Hundertprozentig, ja, also gibt es immer, es gibt immer Pro und Kontrast und in dem Fall ist man dann halt vielleicht der Leidtragende, aber es ist ja nicht so, dass du dann komplett außen vor bist, ich habe ja trotzdem weiter Einsätze bekommen, halt nicht mehr so viele oder waren nicht mehr gesetzt in der Startaufstellung, aber das war auch okay, ich war trotzdem aus einer langen Verletzung gekommen, so, ne, also unter Dotschiff, das war schon nicht, glaube ich, nicht die Regel, dass man da direkt wieder so reingeworfen wird, aber ja, das war, war halt, war halt trotzdem sehr, 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 sehr cool und die Zeit war mit Abstand trotzdem meine beste in der Profikarriere in Rostock, also habe ich mich am wohlsten gefühlt, habe das größte Selbstvertrauen gehabt und dann gab es halt dort auch durch dieses, dass ich dann nicht mehr so regelmäßig gespielt habe oder nicht mehr so in der Startaufstellung war, gab es dann halt die Möglichkeit frühzeitig schon in Paderborn zu unterschreiben, die damals noch zweite Liga waren, wo ich gesagt habe, okay, das ist der nächste Step wieder, es war immer so der Blick nach ganz oben, aber welcher Weg bringt mich da hin und dann, es war wieder zweite Liga Paderborn und dann habe ich mich im Februar schon dazu entschlossen, dort zu unterschreiben für den Sommer und da waren sie siebter, achter Platz, da war ein souveräner, solider Zweitligist und dann haben sie die Rückrunde ihres Lebens gespielt und sind zum Schluss aufgestiegen und so als ein Spiel, klar, so mitgefiebert, so letztes Spiel war, glaube ich, in, ich weiß gar nicht, ich glaube in Dresden sogar, wo sie dann aufgestiegen sind, da weiß ich noch, wie die dann vor dem Block da gefeiert haben, ja und wir hatten schon Schluss, ich war schon in Bremen mit meiner Freundin damals und denke mir so, okay, die steigen wirklich gerade hier auf, die steigen einfach auf, das heißt, nächstes Jahr ist vielleicht der Schritt in die Bundesliga, der gar nicht geplant war, theoretisch, der gar nicht geplant war, schon jetzt real und du freust dich natürlich übertrieben und denkst, okay, dann ist das, das ist so gewollt jetzt, das muss jetzt auch so sein, das ist genau, ja, das muss auch so sein und Paderborn hatte, glaube ich, auch einen, sich schon sehr früh, also nicht nur mit mir, auch mit anderen Spielern, damals Streli Mamba, der aus Cottbus kam, die haben sich schon sehr früh für die zweite Liga nächstes Jahr, also für die nächste Zweitligasaison aufgestellt, schon viele, viele Spieler gehabt und als der Schritt dann in die Bundesliga kam, da sind dann halt nochmal ein paar nachverpflichtet worden, die auch Bundesliga-Niveau hatten, die das schon ein paar Mal gespielt haben und halt wirklich mit dem Ziel drin zu bleiben in der Bundesliga und das wurde dann natürlich auch umso schwerer für mich, wo der nächste Schritt natürlich eigentlich die zweite Liga war, dann hatten wir einen sehr, sehr großen Kader dann dort und ja, aber trotzdem die Qualität in der Mannschaft, die Gegebenheiten dort und so, das war schon trotzdem sehr, sehr cool. Du hast dann in der zweiten gespielt, aber hast quasi in der ersten trainiert. Ich habe jeden Tag in der ersten trainiert. Mit Steffen Baumgart. Mit Steffen Baumgart, genau. Und wie gesagt, also ich möchte, an ihm würde ich kein, kein krummes Haar lassen wirklich, der ist ein ganz, ganz feiner Mensch von Anfang an, offen und ehrlich mit mir gewesen, hat mir gesagt, wo ich stehe bei ihm, was ich zu tun habe, um zu spielen. Das habe ich in dem Fall dann einfach nicht erfüllt, weil ich die Leistung nicht so gebracht habe, auch im Training vielleicht nicht so gebracht habe, beziehungsweise es gab andere Spieler mit Kai Bröger, Christopher Antwiadzai, die ein unglaubliches Tempo gehabt haben, das, was diesem Spielstil in der Bundesliga viel mehr zugesagt hat. Gerrit Holtmann haben wir geholt, glaube ich, einer der schnellsten Spieler, die ich jemals gesehen habe, so die das einfach anders umsetzen konnten und da muss ich ganz ehrlich sein, denn auf dem Niveau war ich dann einfach noch nicht Bundesliga zu spielen und auch nicht das so, also normalerweise ist ja trotzdem ein neuer Trainer, eine neue Spielidee und das hatte ich einfach nicht so schnell adaptiert wie die anderen Spieler, war deswegen nicht direkt von Anfang an da und dann war das auch in Ordnung für mich, also jetzt so im Nachhinein, natürlich war es ärgerlich in dem Moment, aber wenn ich jetzt zurückblicke, ich hatte vielleicht einfach auch nicht die Qualität in dem Moment, um das halt abzuliefern in der Bundesliga, war natürlich dann auch noch was anderes, wenn dann in Kimmich, Süle vor dir stehen oder so, das dann abzurufen. Also im Training ist das eine, aber wenn der Trainer nicht das Gefühl hat, dass du am Wochenende bestehen kannst in der Bundesliga, was die höchste Spielklasse ist, dann lässt er dich halt draußen. Aber du kannst für dich bestätigen, dass Steffen Baumgart genau so ein Typ ist, wie er nach außen wirkt. Offen, ehrlich, ehrgeizig, unglaublicher Typ, Mensch auch, also wirklich Mensch und kann ich hundertprozentig bestätigen. Wie gesagt, er hat zu mir immer offen und ehrlich mit mir kommuniziert, bist du einfach jetzt nicht dran, das brauchst du, das musst du im Training verbessern, um vielleicht die Chance zu haben. Ich konnte es vielleicht einfach nicht so umsetzen oder habe es einfach nicht so umgesetzt, wie er das wollte und von daher war das auch völlig richtig, dass er mich dann draußen gelassen hat, aber immer offen und ehrlich lustig und glaube ich auch, wie er es jetzt bei Köln gemacht hat, dass er da in seiner Vorbereitung, diese Tausenderläufe, die er gemacht hat, haben wir diese riesen Teufelbox da draußen in die Mitte gestellt und da lief da eine halbe, dreiviertel Stunde Helene Fischer und irgendwelche Sachen und er steht da in der Mitte und einfach geiler Typ, wirklich. Oder diese Kamerbaus-Videos, muss ich sagen, das eine, was auf YouTube ist, auch so viral gegangen, ey, das war, ich habe geheult von Achtung, das war unfassbar geil. Geiler Typ. Mit diesem, war das Baumgart mit dem Einhornkostüm oder irgendwie sowas, ne? Irgendwie so ein F, überragend. Was denkst du, wenn wir da den Haken machen, Paul Abborn, Baumgart, wo würdest du ihn sehen, wo passt er noch hin? Boah, keine Ahnung. Ich glaube, es gab ja mal die Gespräche, soweit ich weiß, vor Köln, also bevor Köln überhaupt aufkam, dass er vielleicht in die Premier League geht, irgendwie in England. Ich weiß tatsächlich nicht, wie gut sein Englisch ist, weil er lebt halt, glaube ich, extrem von diesen mitreißenden Worten, von der ganzen Dynamik in seinen Ansprachen und alles. Ich glaube gar nicht gut. Auch das ist jetzt wieder nur Glauben. Ich weiß es nicht, deswegen. Weil, und das war ja zum Beispiel auch so ein bisschen die Problematik jetzt bezüglich der Transfer. Jetzt haben sie eh ganz andere Probleme, Köln. Aber das Problem war ja auch immer, dass zumindest gerüchteweise, was ich nur gehört habe, hören sagen, dass er eben sich auch immer verwehrt hat gegen nicht deutschsprachige Spieler. Okay. Genau aus dem Grund, weil er diese Ansprechhaltung hat und auch braucht, um die Mannschaft zu erreichen und alle mitreißen möchte und eben auch nicht gerüchteweise, ich weiß es nicht, und wenn, ist es auch nicht schlimm, aber eben nicht gut Englisch spricht oder sprechen möchte oder auch nicht lernen möchte. Und das ist natürlich eine Sache, die dich halt dann super einschränkt als Trainer, schon auf dem Transfermarkt. Und deswegen, Premier League würde mich, Alter, wird es schwierig, wenn er sagt, wir reden jetzt hier Deutsch. Aber also rein von seiner Spielidee, dieses dynamische, schnelle, nach vorne, geradlinige, würde der Premier League unglaublich passen. Über die Außen und dann halt ein Abnehmer in der Mitte. Würde der Premier League unglaublich passen. Das hätte auch in Pöln, ich meine, es hat ja funktioniert, er hat das Spielermaterial nicht gehabt jetzt. Ja, jetzt in der letzten Saison, aber davor hat es ja funktioniert. Genau, genau. Und was man ihm ja so ein bisschen vorgeworfen hat, ist eben, dass diese Adaptionsfähigkeit fehlt, dass eben jetzt, ja, es ist kein Modest mehr vorne drin. Und trotzdem ist Köln, ich glaube, in allen Top-5-Ligen, lass mich jetzt nicht lügen, aber ich glaube, in allen Top-5-Ligen immer noch die Mannschaft, die am meisten oder zweitmeisten Flanken schlägt. Und das war ja so ein bisschen dann die Kritik, nach dem Motto, ja, du kannst den gleichen Spielstil nicht durchpressen, wenn du halt das Spielermaterial nicht hast. Er hat es ja dann versucht mit Davy Selke, oder also es ist halt ordentlich für Davy Selke, also der, muss man ja sagen, glaube ich jetzt nicht das größte Selbstvertrauen hatte in den letzten Jahren. Der wurde ja auch zerlegt ohne Ende von außen. Ja, von außen. Ich war aber auch so, ich finde, der performt. Also für Köln in dieser Saison, er ist immer da, wenn sie ihn brauchen. Er haut sich rein. Das, und das glaube ich, wird ihm auch endlich mal ein bisschen angerechnet, dass er jetzt mal eben Biss hat, so, und das auch wirklich mal gemerkt wird von den Menschen im Umfeld. Und, ich habe auch vorher gedacht, okay, wenn den ein Coach noch hinbekommt, dann der Steffen. So, das war so irgendwie, wo ich dachte, okay, wenn, dann ist es noch Baumgart irgendwie in Köln. Das ist auch witzig, mit Davy war früher, also er war einer meiner besten, oder war mein bester Kumpel, da haben wir relativ nah beieinander gewohnt, in Bremen, jeden Tag zusammen zum Training und alles. Und ich, ich kenne ihn sehr gut, ich weiß, wie er rüberkommt, aber ich weiß halt auch, wenn jemand ihn nicht kennt, wie er auf dem Platz, mit seinen ganzen Gestiken und Miming, ich fand es trotzdem immer sehr, sehr schade, wie er da so verrufen wird, oder so einfach nur bewertet, aufgrund irgendwelcher Gestiken und Mimiken und so, aber eins kann man ihm nie absprechen, er lässt immer sein Herz auf dem Platz. Und der rennt sich tot und gibt alles auf, vielleicht manchmal unglücklich und hatte vielleicht eine Phase, wo er nicht so getroffen hat, aber letzten Endes ist es, das ist ja kein Spieler, der nicht trifft, der hat ja trotzdem eine Quote, wenn er jetzt auch für Köln, die schießen nicht viele Tore. Zehn. Ja, und er hat, keine Ahnung, vier oder fünf davon geschossen. So, und das ist fast die Hälfte und das ist, kannst du ihm da nicht absprechen. Für den Spieler, der dort hinkommt, mit wahrscheinlich sehr wenig Selbstvertrauen, weil er halt einfach... Und du weißt, dass mit allem Respekt, außer Florian Kainz, vielleicht auch keiner die Qualität hat, aktuell, aktuell in dem Kader, um dich so entsprechend zu füttern, wie du es vielleicht auch gewohnt warst, aber du brauchen würdest. Genau. Superschwer. Ja. Super, super schwer. Aber ich hoffe natürlich, dass ich trotzdem irgendwie jetzt den Bogen noch hinbekomme. Ja, also... Das ist eine Mannschaft, die passt schon da oben rein, finde ich, ist schon geil. Muss. Also muss, also ist... Der Verein allgemein. Bei aller Liebe, das ist... Boah, auch wieder gefährliches Pflaster, aber es ist halt schon... Ich hätte... Sportlich sind die da oben, weil sie sich da hochgespielt haben und da haben das alle 18 Vereine völlig legitim verdient und da bin ich voll dafür, dass es auch genau so granthaft werden muss. Aber natürlich würde auch mich privat mehr reizen, wenn Schalke, Hamburg und Kaiserslautern da oben jetzt drin sind und Darmstadt, Heidenheim halt nicht. Ja, natürlich. So, weißt du? Das ist halt einfach so. Du hast halt einfach noch diesen langjährigen Bundesligisten Schalke, Hamburg. So, und auch von den... So bei Hamburg finde ich es ganz witzig. Ich bin halt auch jemand, der wirklich Fußball guckt wegen dem Ringsrum. Und jetzt kann man natürlich sagen, na gut, aber die Spielen ja scheiß. Fußball sind abgestiegen. Ja, ist vollkommen richtig. Aber ich gucke Fußball nicht nur wegen den 90 Minuten unten auf dem Platz. Ich gucke Fußball auch, weil ich einen halben Ständer kriege, wenn die auf Schalkes Dach zu machen und dann knallt es da vor sich hin. Und letztes Jahr dann teilweise zwei, drei Spiele gehabt, Sonntagabend oder Samstagabend, Topspiele, wo du dachtest, die sind 17. Was geht denn hier eigentlich ab? Ja, brutal. Und dafür gucke ich Fußball. Und von mir aus gucke ich halt beschisseneren Fußball, wenn die Fans geil sind. Dann gucke ich auch Aachen gegen Essen in der vierten Liga vor drei Jahren und denke mir so, Alter, geil, aber im Stadion ist Druck, weißt du? Ja, 100%. Das ist halt genau das. Ja, mein Schwiegervater ist großer Hamburg-Fan. Ich war auch lange Sympathisant. Mit Thunderfahrt bin ich es dann geworden. Ich bin nie, also ich war noch nie ein richtig so akribischer Fan oder so, aber ich habe natürlich riesengroße Sympathien für Werder Bremen. Ich habe da einfach mein Fußballherz verloren und ich werde immer mit denen sympathisieren und habe aber natürlich auch andere Vereine, denen ich unglaublich gut gegenüberstehe. In Rostock habe ich auch, auch wenn es nicht zusammenpasst, Dresden finde ich trotzdem, ich verfolge das alles weiter. Also sehr, sehr geil, aber so Rostock und Bremen und das ist natürlich auch geil, wenn wir da immer jetzt zu Besuch sind und ich Bremen und die es halt einfach Jahr für Jahr nicht geschissen bekommen, in die Bundesliga hochzukommen mit Hamburg. Also ich finde es ein bisschen witzig. Mir gibt es immer viel, weil das ist immer... Aber ihr wollt doch auch ein Derby haben. Ich will wieder ein Derby, natürlich. Selbstverständlich. Aber es ist trotzdem witzig, wenn die bis, keine Ahnung, in den März 1. sind und dann am Ende trotzdem wieder verkacken. Hot Take von, ich glaube, Fra Calcio von dem YouTube-Account Calcio Berlin von gestern. war die Frage, wer ist in der Saison 25, 26 Trainer? Also zwei Saisons vorausgedacht. Und da hat der Niklas Levinson, einer der Moderatoren dort, gesagt, okay, Hot Take, Hamburg steigt wieder nicht auf. Tim Walter, nee, Quatsch, Hamburg struggle wieder auf Platz 4 rum, bis Ende der Saison irgendwie. Dann wird Steffen Baumgart geholt. Tim Walter fliegt raus, Steffen Baumgart geht zum HSV und steigt auf mit denen und macht dann HSV-Trainer. Dann schließt sich der Kreis wieder. Zutrauen würde ich es ihm. Bitte? Zutrauen würde ich es ihm. Ja, weil der mit so einem Umfeld auch umgehen kann. Ja. Und gerade beim HSV willst du, da will ich halt keinen typischen Norddeutschen haben, der da stoisch am Seitenrand steht. Das fällt mir zum Beispiel bei Ole Werner super schwer. Der passt da super hin. Der passt da hin. Das ist der Verein. Und das ist, die Menschen sind so, brauche ich nicht erzählen, dort oben. Das Gros der Menschen ist dort so. Ruh, kühl, so ein bisschen nach außen. Aber ich denke mir so, sei nicht so bitte. Ich bin jemanden, der vollkommen detoniert. Ja, ja, ich weiß was. Ich bin auch so, dass ich so diese Emotionen, ich liebe das, so Steffen Baumgart. Ey, da sind minus 5 Grad, der steht im T-Shirt da draußen. Mit Weste. Ja, mit Weste. Ja, aber genau das. Der hat dann noch seinen Zahnstocher da gehabt und dieses Kaffeestäbchen noch in Paderborn, was er dann wegen der Umwelt, aber das ist ja, solche ist schon geiler anzusehen als dann ein Ole Werner, aber der macht einen super Job dort und das ist halt genau das, was du halt, du musst halt schauen, bei welchem Verein du bist. Und in dem Fall passt das unglaublich. Genau, das passt. Auch da fußballerisch fehlt mir so ein bisschen die Weiterentwicklung, muss ich sagen. Und es ist schon so, wo ich mir denke, oh krass, also es gibt schon ein paar Stücke, die wackeln. Bitte? Die Spieler halt dann auch, dann, die fehlen halt so. Ein Duxi reicht nicht alleine? Nein, leider nicht. So, und Duxi, der... Ich hoffe, dass sie drinbleiben dieses Jahr. Also es ist trotzdem nicht so viel. Auch ein Verein, der in die erste Liga gehört. 100 Prozent, das ist ja, glaube ich, brauchen wir nicht zu wissen. Aber das war zum Beispiel auch das Geile Jahr, als sie abgestiegen sind, war nicht geil für mich als Bremen-Fan, aber als mit dem Schwiegervater dann wieder das Jahr dann um den Aufstieg und Hamburg schafft es nicht und Bremen schafft es, das ist schon... Das ist von der Emotionszeit Das war ja auch bis zum letzten Ding. Schalke hat das ja relativ souverän dann zum Schluss gemacht und dann ging es ja wirklich um den Platz 2, 3, 4 und dann ist Bremen da wirklich rein und die sind in der Relegation und dann raus. Das war es. Ballesamt für die Seele. Dann gib mal, dann mach mal den Paderborn-Blog endgültig zu. Gib mal deinen... Wer steigt auf? Was denkst du? Hast du das von der Liga auf dem Schirm aktuell? Ja, ja, ich hab die auf dem Schirm. Also ich glaube, dass Pauli und Hamburg hochgehen. Direkt? Bin ich mir ziemlich sicher, dass die beiden direkt hochgehen. Also irgendwie wünsche ich es mir auch, dass Hamburg langsam endlich mal da rauskommt, damit wieder geile Spiele im Oberhaus sind. Pauli spielt einen unglaublichen Fußball. Hürzela, Hürzela, nächster Hot Take, auch von Culture Berlin geklaut, aber den hatte ich auch tatsächlich vorher schon, das ist jetzt einfach zu sagen, aber ich glaube, Xabi Alonso würde noch ein Jahr machen in Leverkusen, weil der nur Liverpool oder Bayern machen würde und entweder geht Tuchel in München. Ja, Ancelotti hat verlängert. Richtig, deswegen fällt Real raus. Deswegen habe ich es nicht mitgenannt, genau, vollkommen richtig. Und dann Hürzela zu Leverkusen. Kann gut möglich sein. Weil Dortmund holt sich Nagelsmann im Sommer. Puh, das sind viele Hot Takes, ne? Weil ich den echt nicht hot finde. Nagelsmann zu Dortmund finde ich echt nicht hot. Weil ich glaube, der würde die eher machen, und unabhängig davon, wie es wird, kann mir keiner erzählen, da Aki Watzke bei beiden Seiten ja mit rumrührt. Beim BVB, beim DFB. Als ob der nicht schon mal gesagt hat, pass mal auf, mit dem Edin, raushauen werden sie den nicht, wegen Dank und alles. Das ist auch alles in Ordnung, von mir aus, aber diese Trainerdiskussion beim BVB, die kommt da nicht so ungefähr und die ist so prominent und vehement und das ist ja auch eine, sag ich mal, eine so inzwischen häufige und gängige Meinung, dass man da auch nicht mehr sich groß eine verbale Schelle abholen sollte, eigentlich, wenn man sowas sagt. Definitiv. Und Nagelsmann, glaube ich, ist ja unoboxizierend, aber wir können bei Fußball reden, ist ja schön, glaube ich einfach, dass, der wird eben von den Top 8 kein Angebot bekommen mehr, dafür ist schon zu viel passiert jetzt, so, und ich glaube, es war trotzdem halt clever, zum Beispiel dann Chelsea nicht zu machen und Tottenham nicht zu machen und so. Tottenham übrigens brutal, was der Trainer da hat. Geil. Viele, viele geile Trainer, auch bei Brighton. Üch. Ja, die Zerbi. Was der für ein Fußballspiel. Also ich habe, ich gucke auch viel Premier League drüben, auch in meiner Zeit in England viel englischen Fußball geguckt. Wow. Wow. Du brauchst aber halt Spieler, die Eier haben. Also du brauchst wirklich, also. Die Zerbi spielt ja diese ganz, diese ganz neue Art. Der schlägt keinen Ball. Dieses Positional Play auch, auf eine Art und Weise. Er würde jetzt vielleicht so tief gehen, aber ich ist, ja, weil du so geil coachst. Du meinst ja vorhin so ein bisschen Fan von Statistiken und da habe ich, als ich in England war, als er gekommen ist, im zweiten Jahr dann, war bis zur Winterpause, ich glaube bis zum, oder bis kurz vor die Winterpause, also sprich 14 oder 15 Spieltage gespielt, haben, war die Statistik, wie viele Bälle langgeschlagen wurden von den Torhütern. Da war einfach eine Null. Der hat keinen Ball langgeschlagen. Keinen Abstoß langgeschlagen. Also wenn mal einer zurückkommt, du angelaufen wirst, okay, aber es ging um Abstöße, reine Abstöße. Die haben keinen Ball langgeschlagen. Nicht einen. Gab es damals noch nicht vor allem, das war diese Intensität. Nein, 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 gerade in der Premier League, du wirst angelaufen mit einem Volk. Ich wollte gerade sagen, du bist jetzt kein Liverpooler, die gerade Champions League geholt haben. Als er gekommen ist, war das ja so Platz 14 bis 10er Verein, wenn überhaupt, ja. Ey, völlig irre. Aber lass dann gerne mal auf der Insel bleiben, du hast ja auch so ein Abenteuer hinter dir. Ja. Coventry, Zweitliges gewesen damals, ne? Ja, auch aufgestiegen am grünen Tisch noch, weil Corona war. Ja. Die waren Erster in der League One. League One, genau. Und wir haben wahrscheinlich auch aufgestiegen, also es waren nicht mehr viele Spiele, aber dann war da ja der Lockdown durch Corona und dann wurde quasi gesagt, okay, die Saison ist hier vorbei, die Tabelle so wie sie ist, wird genommen und die die Erster sind steigen auf und ja, dann sind sie aufgestiegen in die Championship, in die Championship, genau. Und dann war da schon vorher der Kontakt. Ich habe mit dem Trainer Mark Robbins telefoniert und ich bin froh, dass ich sehr gutes Englisch noch aus der Schule mitgenommen hatte. Das hat sich dort natürlich noch mal verbessert, aber konnte dann schon sehr gut mit denen kommunizieren und ja, dann bin ich, dann bin ich rüber und dann war es wirklich ein Abenteuer, gerade auch mit der Zeit Corona. Lockdown, Familie konnte nicht rüberkommen, wir hatten Weihnachten irgendwie alleine gefahren, es war irgendwie so komplett, lag da irgendwie so ein Schatten drüber, aber ... Aber warum bist du, du warst ja, du bist dann von Paderborn nach Halle, ne? Ja, genau, ich hatte mich ausleihen lassen in Halle, in Paderborn, weil ich, wie gesagt, ich hatte nicht gespielt, habe dann nur in der Oberliga Westfalen gespielt, in der zweiten Mannschaft, damit ich wenigstens Spielpraxis habe, bin dann nach Halle, da war er dann auch schon mit Corona und Corona-Pause, Lockdown und alles so, da habe ich in Halle ein halbes Jahr, habe dort auch fast jedes Spiel gespielt, so hinten raus ein paar Spiele nicht, aber habe da gute Einsätze gehabt, so und genau, und dann war halt schon, kurz nach der Unterschrift in Halle, für das Leihgeschäft, war dann schon klar, dass Interesse aus England da ist, dann waren sie da, haben sich zwei Spiele angeguckt und den habe ich getroffen direkt und so, also ich wusste das nicht, dass sie da waren. So auch für eine Vertragsverhandlung mit dem englischen Fußballverein und waren nicht allzu schlecht? Das war dann wirklich, wirklich, wirklich top und ja, dann ging das relativ schnell über die Bühne, so und dann habe ich da natürlich auch mitgefiebert, ob sie wirklich aufsteigen in der Saison und ja, dann war das so, dann bin ich rüber und dann war es dort irgendwie sehr, sehr, ja, ist alles nicht rund gelaufen, so wie ich es mir vorgestellt hätte. Ich bin rübergegangen und habe dann in der Vorbereitung relativ schnell gemerkt, so dass ich, Vorbereitung ist anstrengend, ich weiß auch, dass es hier in England vielleicht ein bisschen intensiver ist, aber, Ja, ist das ja? Ja, schon, schon, also das ganze Spiel ist intensiver, so dort ne, und dann habe ich aber irgendwie gemerkt, ey, Testspiel, ich war nach 20 Minuten, als ob ich 90 gespielt hätte, K.O. Und ich sage, ey, irgendwas ist hier nicht richtig bei mir, also irgendwas läuft hier nicht so, ich bin fertig, habe mich vorbereitet auf einen Verein wie noch nie, also ich wollte es dort unbedingt schaffen, weil England für mich auch immer so ein Traum war und der englische Fußball. Ja, dann bin ich dort untersucht worden, ins Krankenhaus und dann wurde was festgestellt, es ist so, ich weiß nicht genau, wie es heißt, so Asthma ähnlich, dass meine Lungenkapazität einfach komplett eingeschränkt war, also ich hatte irgendwie nur noch 45 Prozent meines Lungenvolumens auf dem Niveau, wenn der Pulsbereich halt so hoch ist und da, ja, das war für mich erstmal ein Schock und dann habe ich ein halbes Jahr lang Tabletten und so morgens und abends so ein Spray genommen und dann ging das wieder, dann hat sich das so, also ich musste das weiterhin nehmen, aber dann war ich wieder auf einem Niveau, wo ich mich rangekämpft habe, habe mich dann dort ausleihen lassen nach Oldham, das ist dort die League 2, dort sind ja vier Profi liegen, ja, nicht wie in Deutschland nur drei und genau, habe dann dort ein halbes Jahr dort jedes Spiel gemacht, so alles gut und bin dann im Sommer wieder zurückgekommen und dann hieß es von Vereinsseite, also währenddessen, während ich in dem Leihgeschäft war, hieß es halt so, wir fangen nochmal bei Null an, ne, so das konnte keiner, wir wussten es nicht, du wusstest es nicht, keiner kann was dafür, wir fangen nochmal bei Null an, aber insgeheim ist es dann halt so gewesen, dass wenn du als Aufsteiger in der Championship ein Jahr überlebst, dann steht dir die Welt offen dort wirklich, die haben so viel Geld eingenommen durch Fernseheinnahmen, das ist unglaublich, was sie dort an Geld reinbekommen haben und dann war im zweiten Jahr halt einfach, also das war kein von Null anfangen, da wurden halt, die haben halt Möglichkeiten gehabt, die haben die Spieler von Man City, Chelsea, die jungen Spieler, die gerade so im Anschluss waren, sind halt alle in die 2. Liga gekommen, um dort Spielpraxis zu sammeln und ihr habt die Klasse gehalten, ne? Genau, wir haben quasi Klasse gehalten und dann war im zweiten Jahr, haben sie gesagt, wir setzen alles auf Null, fangen nochmal neu an, so bin ich auch in die Vorbereitung gegangen, aber ich habe halt dann hinterher auch von anderen, die dort im Verein sehr eng waren, es war nicht so geplant, also die wussten, ich bleibe noch da, aber geplant waren, die haben halt extrem viel, haben glaube ich 6 oder 7 Leihspieler gehabt, so und die sind halt alle von Chelsea, City, Liverpool, das sind halt, und da muss ich halt sagen, dass die Qualität halt einfach viel höher gewesen ist, die waren jung, die waren wild, die waren, die hatten, so, die waren halt einfach stark und dann wurde mir halt 10 Tage vor Transferschluss gesagt, darfst du doch einen neuen Verein suchen, es geht sich nicht aus hier mit uns und dann dachte ich so, okay, krass, wohin? Geht dann sehr schnell, ne? Wohin? Ja, wie soll ich jetzt noch was finden? Die meisten sind fertig mit ihrer Planung, so, also wenn jetzt wirklich sich nochmal einer verletzt, vielleicht akut, aber schon sehr, sehr schwer, 10 Tage jetzt, wie soll ich das machen? Und ich sage, wenn dann für mich auch, gerade mit dieser Corona-Phase und so, wäre der Weg eigentlich nur nach Deutschland wieder zurück, so, ne? Also, ich will dann, will dann da auch nicht bleiben und so und dann war halt, ging das nicht mehr, bin ich nicht mehr weggekommen, dann habe ich halt noch ein, ein halbes Jahr normal mittrainiert mit denen und bin, habe dann aber in der, die zweite Mannschaft, die nennen, die spielen so eine eigene Runde, so eine interne, genau, das gibt ja auch von, auch von den Premier League, die heißt ja auch Premier League B einfach, genau die gleichen Mannschaften, die einfach halt normal halt, genau und wir haben dann halt auch gegen, Crystal Palace und so und, also gegen den ganzen, immer wieder Woche für Woche und da ist dann halt so, die, die bei der ersten Mannschaft, wenn die einen Tag vorher spielen oder so nicht spielen, die spielen dann in der zweiten Mannschaft oder, ja, da habe ich halt ein paar Einsätze dort, damit ich im Spielbetrieb bleibe, dort gehabt und dann war halt das große Ziel, wieder nach Deutschland zurückzukommen im Winter und so ist es ja dann auch passiert. Zur BSG? Ne, ne, erst mal nach Zwickau. Stimmt, Stimmt, Zwickau warst auch noch mittendrin. Ja, da habe ich ein halbes Jahr noch, genau, 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 dann war ich bei der BSG, aber da habe ich mir das Kreuzband gerissen, im Pokalspiel. Das gleiche Knie? Ne, anderes Knie, also jetzt war es links und davor war es rechts, ja, genau. Ja, trotzdem, wenn du so, wenn du so auf den Stint zurückguckst, ich meine, Abenteuer England mal, mal mitgemacht und klar ist es immer, es ist immer, man will da natürlich spielen und du willst Championship spielen und so weiter und so fort. Ich habe trotzdem ja, also klar wollte ich Championship spielen, aber also der Traum vom englischen Fußball hat sich ja trotzdem für mich erfüllt. Erfüllt in dem Sinne? Ich habe in Oldham in der Rückrunde 25 Spiele, das ist auch krank in der Rückrunde, nur 25 Spiele, also das ist hier fast eine ganze Saison. Krass. Aber ja, das ist halt dort einfach so mit diesen Spielen, dann habe ich ja trotzdem für Coventry, habe ich trotzdem im FA Cup einen Einsatz gegen MK Donnes und das sind Sachen so, das kann einem auch keiner mehr nehmen, wie vorhin so. Also ich habe trotzdem viel gesehen von der Fußballwelt und habe den englischen Fußball trotzdem gespürt und der ist unglaublich, es ist eine ganz andere Härte, eine ganz andere Physis in diesem ganzen Spiel drin, aber es war ein Riesen, also ich bin trotzdem sehr, sehr dankbar. Wie gesagt, die Umstände äußerlich mit Corona, Lockdown, Familie konnte nicht, also ich konnte es meinen Eltern zum Beispiel nicht zeigen, dass ich dort, die hätten sie sicherlich auch gerne mal angeschaut. So klar, trotzdem, nichtsdestotrotz, was wir vorhin auch gesagt haben, wir sind dort schwanger geworden, also meine Freundin ist dort schwanger geworden und war trotzdem alles in allem ein rundes Ding. Also ich habe nichts, keine Entscheidung in meiner Karriere würde ich irgendwie anders treffen, ich würde sie jederzeit wieder so treffen, auch wenn das alles so abläuft. Geil, das ist ein geiler Satz, also weil das ist so, darauf dann zurückzugucken und das so sagen zu können und dann, ja es sind viele, also es ist, ich habe das schon oft so, also ich habe ja auch oft schon jetzt, natürlich in den letzten Jahren so, wo es jetzt, dann jetzt nur noch Regionalliga ist, oft drüber gesprochen, aber es ist einfach Fakt, so natürlich sagt man, was hätte, wenn, wäre, aber es gab ja bestimmte Situationen, die dich in der Situation dazu gebracht haben, diese Entscheidung zu treffen. Und natürlich schaue ich auch, wenn ich jetzt zum Beispiel zurückschaue, in die Jugendnationalmannschaft zum Beispiel bei uns, früher hatten wir, ich weiß noch genau, in der U15, ganz am Anfang fing das an, da waren die Lehrgänge und da wurde gesagt, ja ein bis zwei aus diesem Jahrgang werden es dann ins Oberhaus schaffen, in die Bundesliga, das ist so die Quote, so ein, zwei, drei, vier. Und wenn ich bei uns reinschaue in die Nationalmannschaft, das sind Joshua Kimmich, Niklas Süle, Davy Selke, Leon Goretzka, Serge Gnabry, die ganze Mannschaft hat es in die Bundesliga geschafft, Marvin Schwebe ist in Köln im Tor, alle und dann denkt man so, okay, der 95er Jahrgang war krass, ja, woran hat es bei mir gelegen, so denkt man so, Marc Stenderer früher, der Erste der Bundesliga gespielt hat, auch mit 17 schon, für die Eintracht dann, Hanni Mukta ist MVP in der MLS geworden jetzt, Hast du mit dem gezockt? Ja, ja, alles in der Nationalmannschaft, alles zusammen, Max Meier war bei uns, der auch, das sind ja alles Profis, Profis geworden, so denkt man so, warum bei einem selber so nicht, so irgendwann jetzt im Nachhinein denkt man, wo bist du falsch abgebogen, aber ich bin nämlich so falsch abgebogen, das ist einfach, ich bin trotzdem sehr stolz auf meine Karriere, stolz, was ich da geleistet habe und wenn man die Vereine einfach mal hinlegt, wo du gespielt hast, dann liest sich das so erlesen und liest sich so geil und ob da jetzt irgendwo ein Titel drin steht in der Vitrine oder so oder, natürlich ist das der Traum, Traum von allem, aber, aber im Endeffekt, du hast halt da gelebt von, zehn Jahre, elf Jahre, zwölf Jahre und davor schon ja in Bremen, das war dein ganzes Leben und du kannst dein Hobby zum Beruf machen, dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Du musst irgendwann nicht mehr irgendwo einbrechen mit Niklas Füll gucken, um irgendwo Fußball spielen zu können und jetzt sage ich mal, ist ja trotzdem, also ist ja trotzdem Regionalliga, ne? Ja, es ist jetzt auch nicht, dass ich mit Fußball aufhöre, aber es ist trotzdem jetzt und ich muss sagen, es ist der zweite Kreuzbandriss, der jetzt auch war, also diese Verletzungen, der Körper verändert sich halt komplett nach so, das würde ja Alex wahrscheinlich auch gesagt haben, der Körper nach so einer Verletzung ist einfach nicht mehr derselbe wie vorher, du musst dich komplett neu einstellen und alles und ich bin dankbar, dass das alles hält, dass ich gerade wieder spielen kann, ich habe jetzt trotzdem, es war ja auch nicht gegeben, ich war ja angeschlagen, bin ich ja quasi zur Chemie gekommen, quasi, also klar, ich habe meine Reha in Bremen gemacht, aber ich war noch nicht im Mannschaftstraining, ich hatte noch keinen Körperkontakt und alles, ich bin jetzt hergekommen und jetzt seit, keine Ahnung, zehn, elf, zwölf Spielen hält das, hält alles und ich habe keine Schmerzen, keine Probleme und bin ich sehr, sehr dankbar für, gerade jetzt auch, wenn ich sehe, mit meinem Kleinen, irgendwie, du willst ja trotzdem mit ihm spielen, auf dem Spielplatz und irgendwas und da müssen die Knochen natürlich auch halten, ne? Und das ist das Wichtigere? Das ist das viel, viel Wichtigere. Das ist das Wichtigere, so und das, das nimmt dir auch keiner mehr. Ne, definitiv nicht. Wie ist das denn bei Chemie, um da auch nochmal eine Frage zuzustellen, weil ich mich manchmal so frage, dass ich, ich stelle mir das mental als sehr hart vor und sehr herausfordernd, wenn man eigentlich weiß, man hat eine gute Truppe, vor allem die erste Elf bei euch, die, die wirklich richtig gut kicken kann und die letztes Jahr ja auch das Potenzial zum Beispiel hatte eben, Platz zwei, Platz drei, wo es am Anfang da losging so und lange danach aussah und trotzdem weißt du ja, ey, du kannst, du steigst ja nicht auf, also für was, für was spielt man denn dann als Mannschaft, wenn man eigentlich weiß, selbst wenn du hier alles wegrasierst und Erster wirst, es geht ja nicht einfach, also weil es einfach unvernünftig wäre und das für den Verein ja auch spricht, diese Vernunft zu haben, zu sagen, wir können jetzt nicht einfach hier blind links eine Rasenheizung reinkloppen mit dem Kunst und drum und dran. Ich habe es vorhin schon gesagt, der Verein wirkt nicht nur nach außen, sondern jetzt auch intern, wo ich drin bin, sehr, sehr gesund. Ja. Also wirklich gesund, realistisch, jeder weiß, wo die Reise hingehen soll, über, das war, glaube ich, nicht immer so und deswegen ist das schon wirklich cool und wie du schon sagst, die Truppe, die wir haben, die sind nicht nur auf dem Platz, wirklich die erste Elf oder auch die, die dann hinten dran sind, sehr, sehr gut, sondern auch menschlich. Das ist, da funktioniert es unglaublich in dieser Truppe und ich glaube, dadurch, dass wir ein sehr, sehr kleiner Kader sind, du hast jetzt, vor dem Winter hast du es ja gemerkt, ich glaube, wir hatten jetzt mit Philipp Harrand und Alex Buri sind es zwei Langzeitverletzte, die da waren, die weggefallen sind und dann waren zwei, drei krank, dann musst du schon ein Spiel absagen. Das ist schon dünn, ja. Dann musst du schon ein Spiel absagen, weil dann nicht mehr genug im Kader sind. So, das ist ein sehr, sehr kleiner, enger Haufen, aber jeder weiß trotzdem, dass er, vielleicht haben wir ein paar, also bei mir ist es jetzt, ich habe es nicht abgeschrieben, aber ich spiele mich jetzt, glaube ich, nicht mehr in den Fokus von höheren Aufgaben und muss auch sagen, selber so für mich, meine, die Prio hat sich verschoben, so meine Familie ist mir wichtiger, der Kleine kommt irgendwann in den Kindergarten und so Sachen, da muss ich nicht mehr, muss ich, das stimmt, und da muss ich auch nicht mehr durch die Republik reisen, so weißt du, also ich weiß, dass ich hier in Leipzig ankommen möchte, hier ist mein Mittelpunkt, hier bin ich geboren, ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass man dadurch, dass ich so früh weg bin, so ein bisschen was verpasst hat irgendwie, ich weiß nicht, ob man das so als Außenschinder nachvollziehen kann, ich war lange weg und ich hatte so, mein Freundeskreis ist trotzdem immer gleich geblieben hier, ich hatte das Gefühl, okay, wenn die weg waren, hat man hier so ein bisschen was verpasst, was man jetzt vielleicht so nachholen kann und deswegen ist so der Plan hier in Leipzig auf jeden Fall zu bleiben und wie es am Ende wird, weiß keiner, aber deswegen ist so, deswegen meine ich, ich empfehle mich jetzt wahrscheinlich nicht mehr für Zweite Liga, Bundesliga, aber da gibt es natürlich auch noch junge Wilde in der Truppe, die da vielleicht dann trotzdem den nächsten Schritt nochmal gehen wollen und am Ende wissen halt auch viele, jeder ist dort arbeiten, die gehen alle arbeiten, wir trainieren abends um 17.45 Uhr und wenn die da, keine Ahnung, Erfurt, BFC und so, alles die, Altlinike, also unter Profibedingungen, die trainieren morgens, da muss keiner arbeiten gehen, so deswegen, weißt du was, realistisch ist es halt sehr dort bei Chemie so. Ja, aber das ist ja auch irgendwo schön noch, also ich habe so ein paar, paar Gehälter von Altlinike nur zugeschickt bekommen, wo ich dachte, ja, auch Greifswald, Greifswald, wo ich dachte, ja, würde ich, ja, ja, klar, dann musst du nicht, also, ne, weil kein Job kann dir das geben, was du da als Fußballer verdienst in der vierten Liga und ich freue mich da auch für jeden, der das kann, auch in der vierten Liga in Deutschland inzwischen halt schon auf Profibetrieb unterwegs zu sein, so, aber das ist ja auch irgendwo der Charme, den Chemie noch hat, so ein bisschen, das ist halt einfach geil und gerade, gerade wenn man dann so das Gefühl hat von, ihr könnt da alles, ich sage es mit Absicht ein bisschen provokant, als Freizeittruppe, ja, die Großen ärgern, prügelt ihr da die Großen weg, so, weißt du, und die denkst du, ich spiele gegen drei Lehrer, vier Studenten, einen Ingenieur und einen Bauleiter und, das ist schon geil, die fuken uns, so, weißt du, hundertprozentig ist schon cool, ja, macht Spaß auf jeden Fall, es ist halt, nach den Verletzungen, so war das echt jetzt, das, was ich brauchte, wieder, wieder einfach, hast du den Spaß verloren, hat es schon gesagt, ja, na, man, ja, na, nicht den Spaß, aber jetzt das halbe Jahr zum Beispiel, was ich in, in Bremen hatte, wo ich, wo ich mich fit gemacht habe, da habe ich jeden Tag mit meinem Athletiktrainer alleine trainiert, weil ich halt einfach noch nicht fürs Mannschaftstraining bereit war, und da denkst du halt auch so, die Reise hast du schon mal gemacht, aber es ist halt auch, anstrengend, wenn du es halt, und das hat ja, jeden Tag wieder zurückzukämpfen, zu motivieren, alleine auf dem Platz, so weißt du, okay, vielleicht heute weniger am Mitball, du musst halt wieder gucken, und danach noch eine Stunde in Kraftraum, und die Motivation, jeden Tag aufs Neue für dich alleine zu finden, wenn du mit der Mannschaft draußen bist, ist die Motivation immer da, so du kannst, du kannst einen vernaschen, schießt ein Tor, die Motivation ist da, aber so du bist alleine für dich, ist das dann schon vom Kopf her sehr, sehr schwer, aber da war meine Familie halt auch, also du kommst dann halt trotzdem nach Hause, der Kleine ist da, deine Frau lacht dich an, und da ist das dann auch wieder so vergessen, und das, denen ist das scheißegal, genau, denen ist das scheißegal, ob da auf dem Platz stehst, oder auch nicht, Du Marcel oder Papa? Genau, du bist der Papa, du bist der Mensch an sich, und das ist das halt, was mir extrem gezeigt hat, also ohne die beiden jetzt, wäre das glaube ich alles noch viel, viel schwieriger in dieser Verletzungsphase auch gewesen, und bin extrem dankbar für sie, was sie mir da hinten den Rücken frei hält, und ja, mit dem Kleinen, das ist, also da wurden wir glaube ich wirklich von Gott beschenkt, der ist so entspannt, der lacht jeden an, der schläft durch, ja, so grob, jetzt gerade, kriegt gerade Backenzähne hinten, ah, da stieft es ein bisschen, aber das übernimmt größtenteils auch meine Freundin, und da, der liegt dann jetzt gerade bei uns zwischendrin im Bett, und wenn er Zähne bekommt, dann übernimmt sie das Ganze, dass ich da genug Schlaf kriege, das ist sehr, sehr stark, das bin ich sehr, sehr dankbar für, Robbs, wollte ich ja sagen, da können wir mal absolut 100%, ach, stark Marcel, dann danke ich dir, vielen, vielen Dank wirklich für die Zeit, hat mega gebockt, wir können glaube ich safe noch drei Stunden quatschen, habe ich das Gefühl, es ist mega angenehm mit dir zu sprechen, Dankeschön, kann ich nur zurückgeben, also hat riesig Bock gemacht, Merci, bei mir, immer der Gast das letzte Wort, ob du Leute grüßen möchtest, ob du eine Message hast für jemanden, ob du eine Message hast für die Kids, die den Traum gerade verfolgen, den du erreicht hast, ob du, Werbung machen willst, was auch immer, das ist alles offen, das ist deine Bühne, ich sage noch danke. Ja, ich also danke auf jeden Fall auch von mir, eine Message, ich glaube aber, das ist so eine Floskel, wo jeder irgendwie sagt, glaubt an euren Traum, zieht es durch, ich glaube, jeder hat so sein eigenes Umfeld, in dieser Safe Zone, wo man sich befindet, und wenn man sich darin sicher fühlt, und dann an die Grenzen gehen kann, dann sollte man seinen Traum bis immer, immer bis zum letzten verfolgen, aber man sollte sich nicht verbiegen, und nicht irgendwie aus seiner Komfortzone rausgehen, nur um anderen Leuten zu gefallen, und ja, ganz witzig, als ich vorhin aus dem Auto, meine Freundin aus dem Auto raus gelassen habe, hat sie gesagt, grüß mich doch mal, deswegen, liebe Grüße, wir sehen uns gleich wieder, und ja, dann von mir, vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte, und so ist es. Liebe Grüße, Adi Freude. Adi Freude. Adi Freude. Adi Freude. Adi Freude. Vielen Dank.